Das ist mir das... Sorry, wie heißt du nochmal, Bro? Robin. Robin, wir haben mal Instagram geschrieben, ne? Ich hab dir geschrieben. Geil, Robin, sorry, okay, let's go. Alles klar, Freunde, wie heißt der Podcast? Ein Podcast ist das, Ambitions and Visions. Ambitions and Visions, okay, let's go, how are you? So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer, ich würde mal sagen, legendären Folge. Ja, es ist meiner Meinung nach die coolste Folge, die ich so geben will. Das ist mein Fan-Moment. Ihr dürft. Nein, das ist mein Fan-Moment. Ein Jahr hab ich ihn therapiert, weißt du noch, ne, wie viele Jahre kennen wir uns jetzt über Instagram-Freundschaft? 2017. Siehst du, 2017, Bruder, ich kenn ihn länger, als du ihn kennst. Ja, so. Warte mal auf, dass wir das klarstellen. Du hast seine Handynummer von mir, okay? Das stimmt. Das ist bescheuert. Das stimmt. Stimmt, so war der Weg. Stimmt, so war der Weg. So, ich hab es aber geschafft, dass die beiden heute hier sind und wir zusammen einen Podcast machen. Warum der Podcast? Roman und ich hatten letztes Jahr einen gemacht, der sehr gut ankam. Aber noch über Fähigkeiten. Genau, aber der Punkt war da, dass Roman hat da ein paar Andeutungen gemacht oder hat ein paar Sachen gesagt, die er so... Wieder diese... Ja, also er hat ja viel kontrovers, da gehen wir drauf ein. Aber er hat letztes Jahr, würde ich mal so behaupten und sagen können, allen Kritikern theoretisch das Maul so gestopft. Auf gut Deutsch. Sowieso. Ja, so, deswegen da haben wir Big Props und deswegen fangen wir auch direkt da an. Also, wie hast du das letzte Jahr empfunden? Es war schon... Es ging schneller vorbei, als ich dachte. Wie viele Wettkämpfe hast du insgesamt gemacht? Zehn. Du warst doch der Profi, der die meisten Wettkämpfe gemacht hat. Überhaupt, ja. Und warst du alle Zeiten? Nein, in diesem Jahr. Miros hat einmal mehr, hat einmal elf gemacht. Und jetzt mal hier fürs Protokoll, was ist jetzt auf der Weltrangliste deinem Platz? 14. Wo ist Tim Budesheim? Wo ist Tim Budesheim? Wo ist Tim Budesheim? Wo ist Tim Budesheim? Ich will es wissen jetzt. Ich habe keine Ahnung. Sorry, es ist kein Hate. Tim Budesheim, wo bist du? Jeder guckt zu. Tim Budesheim, wo bist du? Habt ihr die Rangliste? Ich habe keine Rangliste. Sag alle deutschen Buddybilder. Wer ist so am Start? Er ist der Oberste. Dankeschön, Bruder. Er ist die Nummer 1. Oder sehe ich das falsch? Also, so wie ich sehe, da hast du recht. Nein, nein, so wie das die Welt sieht. Ja. So. Okay. Was macht das mit dir? Bist du zufrieden? Also bist du stolz auf das letzte Jahr? Stolz schon. Aber zufrieden darf man nicht sein. Weil sobald du zufrieden bist, ich meine, wenn du ein Album rausbringst, denkst du auch, das nächste wird besser. Dann denkst du auch nicht, oh, das war jetzt ganz gut, das nächste mache ich so larifari. Ja, also dieses, du meinst diesen, also bei mir würde ich sagen, künstlerischen Anspruch bei dir, ist es der, auch eigentlich ein künstlerischer Anspruch, könnte man sagen. Ja, ist dasselbe eigentlich, ja. Das Ding ist halt, was, glaube ich, die ganze Zeit, wo immer die Parallelen sind, darum sitze ich auch hier und deswegen kann ich auch, glaube ich, nur mitquatschen, ansonsten habe ich hier nichts zu melden. Doch, hast du. Es ist immer dieses Feedback von der Öffentlichkeit, von den Leuten, wie geben sie dir Props, wie geben sie dir Anerkennung, kannst du das ausblenden, kannst du den Hate ausblenden, kannst du auf deinem Weg bleiben. Und ich glaube, nach jedem Erfolg, egal ob es jetzt ein mittelmäßiger Erfolg ist oder ein großer Erfolg ist, bist du sofort danach wieder in dem Mode, scheiße, die greifen mich wieder an. Man kommt fast gar nicht mehr zur Ruhe. Und deswegen, glaube ich, ist bei dir gleich die automatische Abwehrreaktion, bloß nicht Liebe ranlassen, bloß nicht Dings ranlassen, bloß nicht ausruhen, ich muss weiter diesen. Ich verstehe aber die Kontroverse nicht, weil wenn du ihn ja als, also erstmal haben die ja gesagt, er ist klassiker Athlet, er passt nicht in die Offene, daran kannst du dich erinnern, weißt du noch? Schon immer. Aber was hältst du dir dabei, wenn die so einen Scheiß, also, das ist doch. Ja, sag mal weiter, sag mal weiter. So, ja, und erstmal, er hätte da schon, zu der Zeit, wo die das geschrieben haben, ich glaube, 14 Kilo abwerfen müssen, richtig? Nein, pass auf, mein Classic Limit, mach mal so, als ich aus dem Krankenhaus kam, wo ich fast, wo ich gestorben bin, gell, ja, pass auf, da war ich nach dem ganzen Koma und im Krankenhaus und nix essen und so, da war ich immer noch sieben Kilo zu schwer für Classic. Nur mal so für euch jetzt. So, und nix, das hat Flair letztes Mal im Podcastguck gesagt, der Typ ist ein Ochse. Das ist, jetzt mal jede Zuschauer, ist surreal. Und wie ist dein Leben sozusagen? So, ja, weil wenn du dir das da anguckst, ne, weil es ist einfach surreal. Sein Arm ist, so, ich bin ja komplett off, das passt einfach nicht. Deswegen jetzt mein Aufruf an die ganzen Hater, so, diese, das gibt's nicht mehr, diese Classic-Scheiß, ist durch. Ich glaube, Platz 14 auf Olympia hat das gut unterstrichen. Lässt du sowas an dich ran? So Hater-Kommentare? Oder diese ganze, dieses Kontroverse, was du meinst, weil du bekommst auch Nachrichten, das hat Alex gut gesagt, die schreiben einfach zu dir, du sollst sterben und so ein Scheiß. Ja, ja, das war da, wo der Tim dann einmal Vierter war und ich war Fünfter bei einem Wettkampf, ja. Da hat mir dann einer geschrieben, so, ah, wäre besser gewesen, wenn du doch draufgegangen wärst, oder? Und dann denke ich mir so. Solche, was mir, was ich, was ich, was mir zu diesen Hater-Kommentaren allgemein einfällt, eine gute, eine gute Strategie dazu. Habe ich auch lange drüber nachgedacht, ich bin der Nummer 1, ich bin der Nummer 1 in dem Thema, wie man mich triggern kann. Aber ich habe den ultimativen, so, Hack jetzt, ich habe die ultimative Waffe dagegen. Jetzt schreibt, ich bringe ein Video raus, oder du bringst ein Video raus, du machst jetzt, keine Ahnung, irgendeine Pose, oder, also, du veröffentlichst was, und die Kritiker kommen und sagen, ach, Schmutz, weißt du, was ihr das nächste Mal alle machen müsst, auch an die Leute im Internet, die selben Probleme haben? Schreib da runter, was meinst du genau? Schreib mal, was meinst du genau? Könnte besser sein. Was meinst du denn genau? Wo genau? Ich schwöre dir, bei Gott, keiner antwortet. Daran merkst du, die Psychologie dahinter ist, das ist nur so ein Mechanismus von den Leuten. Wir, und das ist der Mechanismus im Internet, wir in der richtigen Welt, nehmen uns das zu Herzen. Irgendwann schreibt mein Video. Ja, Schmutz, Flair Kackt. Ich schreibe, ich schreibe drunter, was meinst du genau? Ich schwöre dir, keiner antwortet. Ich habe das bei zehn Leuten gemacht, keine antwortet, weil dann kommt keine Kritik oder dann kommt keine Meinung, sondern es ist nur Schrott von den Leuten, es ist nur, wie sagt man, die kotzen sich nur aus. Ich glaube aber jetzt gut abgärten. Bist du abgärten mittlerweile? Mittlerweile schon. Ab und zu hat man dann noch so emotionale Momente. Aber frag nächstes Mal. Ja, Roman, da sollst du sterben. Wie, wie meinst du das genau? Ich schwöre dir, bei Gott, da kommt nicht mal, wenn da wenigstens so ein Ding wäre, wo du wüsstest, okay, er geht in die Materie rein. Die gehen nicht mal in die Materie rein. Der würde nicht mal sagen, dein Arm, deine Brust, dein Gesicht, gar nichts. Okay, Frage, wie du das so, du bist ja Olympia Platz 14, hast du, das ist ja schon, Bruder, das haben wir gerade nicht in Deutschland. Also außer jetzt, wo ist es in der Classic Physik, also so, ne, das gibt es nicht. So, Emir, glaube ich, wurde einmal Zweiter in Brasilien, irgendwas war da, wo er die Olympia Qualität, gegen dich hat er gemacht. Ja, er hat gegen dich gemacht, ne, eins, zwei, genau, so. Wer ist der eine, der immer so große Augen hat und so mal so auf süß macht mit Cuts hier, Cuts da und, ähm, gibt es auch einen Deutschen? Profi? Ja. Offen? Weiß ich, ja. Nein, also, ich bin der Meinung, wir können ihn fragen, wenn wir jetzt, so, findest du, du hast die Anerkennung letztes Jahr bekommen für das, was du geleistet hast? Von der Deutschen bei der Mini-Szene oder allgemein von der Plattform? Nein. Weil es war bis zum Schluss so, ach, der wird eh Letzter oder der kann Glück haben. Ich habe immer gesagt, pass auf, wenn ich bei meinem ersten Mr. Olympia, es ist so, bei Mr. Olympia, 1 bis 15 kriegt eine Platzierung und alle anderen Teilnehmer, die werden einfach automatisch 16. Also Schmutz, 16, ja, ja. Das haben die ja bei Chris auch gemacht, äh, hier, unseren Chris, Jim 26. Wo die gesagt haben, du bist der Letzter geworden oder so. Weil dann hinten, da lohnt es sich nicht mehr, die zu platzieren. Da habe ich mir gedacht, okay, mein Ziel für den ersten Mr. Olympia, also Mr. Olympia ist so wie Weltmeisterschaft, also der höchste, prestigeträchtigste Wettkampf, den es gibt. Ich will auf jeden Fall platziert werden. Also, dass die zumindest gesagt haben, ja, okay, der Roman ist 13, 14, 15, zumindest 15. Dann bin ich 14. geworden. Am Anfang haben natürlich alle gesagt, äh, ja, der ist zu dünn, der qualifiziert sich nie, weil du musst ja vorher einen Wettkampf gewinnen von den Kleineren, dass du überhaupt mitmachst. Das war ja dieser wilde Trip, wo man bei dir gesehen hat, jede Woche bist du da unterwegs. Aber vergiss nicht von wo, erzähl gleich weiter, aber er hat ja richtig Breakdown auch gehabt. Material war, die Yumjums waren nicht echt. Ich weiß noch, in meinem Podcast, wo wir das festgestellt haben. Das war ein Jahr vorher, das war ein Jahr vorher, Mann. Also, auf jeden Fall, machen wir, dann war mein Anspruch war, auf jeden Fall platziert zu werden. Das heißt, dass die Kampfrichter dich zumindest angeschaut haben. Die mussten zumindest abwägen, der ist 13., der ist 12., der ist 10., der ist 15. Das war so, weil, wenn du scheiße bist, auch wenn du zu den Besten auf der Welt gehörst, dann sagen die einfach, ah ja, und die restlichen wären alle 16. Da wollte ich nicht sein. Okay, dann bin ich 14. geworden. Im Vorrat natürlich so, was, der wird nie unter die ersten 15 kommen, bla bla bla. Das ist mein nächstes, du kommst da gar nicht hin. Genau, das war... Sowieso, würde ich ja sagen, die ersten zwei Jahre davor, aber er wird niemals zum Mr. Olympia kommen. Genau. Zu dünn, Klassik, bla bla und so. Dann qualifiziere ich mich, dann war ich Zweiter in Portugal und dann so, ah ja, aber der gewinnt sowieso nichts. Das war jetzt einmal Glück Zweiter. Und kein guter Wettkampf, haben die auch gesagt. Nächste Woche gewinne ich. Dann so, ah ja, da war kein Guter dabei. Da denke ich mir, was, da war kein Guter dabei. Ja, aber das hat recht. Das kommt immer... Dann darf ich zum Mr. Olympia, bin ich qualifiziert für Mr. Olympia? Ja, das wird nix dann. Ah, Mr. Olympia wird eh nix. Der hat jetzt einmal wieder Glück gehabt. Dann komme ich unter die Top 15. Ja, weil irgend so ein Iraner kein Visum bekommen hat. Sonst wäre er 16. geworden. Egal, was ich mache, egal, was ich erringe, es ist immer so, ja, aber das und das. Wie ist aber so die Liebe aus der Industrie? Also es gibt natürlich das Feedback vom Internet, sind sowieso 99% dann so... Ich kann aber, ich kann aber, also als Außenstehender, wenn du jetzt ihm folgst, der macht auf jeden Fall sein eigenes Ding, weil das kann er dir bestimmt selber nicht so... Aber du fragst jetzt, wie die Liebe für ihn von außen theoretisch ist. Von Sponsoring, von Marken, dass viele Anfragen... Ja, also, du musst ja so sehen, als Außenstehender hat er Leute, die ihn wirklich abartig lieben, so diese verrückt sind, wie du jetzt zum Beispiel, wie ich ihn damals so... Ja, ist so, der redet immer über dich. Natürlich. Der hat schon damals immer über dich, der hat gesagt, Roman, ist es so. Dann hast du Leute, diese ganzen, die sagen so, wird nichts, weil sie die angeblich... Ich meinte aber jetzt das Business dahinter. Die Industrie, wie redest du... Du bist auf dich alleine gestellt. Kommt, keiner sagt hier dir... Wenn du in einer Plattform nicht mitspielst, nach deren Regeln, bist du out. Also es ist schon so, dass ich einen Supplement-Sponsor habe, Big Zone, die zahlen mich auch gut und die unterstützen mich auch. Aber hat gedauert, Alter. Erstmal Olympia. Die waren ja auch nicht auf Olympia, oder? Nein, die waren auch voll woanders. Ah, okay, cool, alles klar. Das war cool. Okay, gut. Die haben mich da auch überall hinbegleitet und immer unterstützt und ich bekomme auch ziemlich... Der Vertrag, den ich habe, der ist auch ziemlich gut. Geil. Musst du aber auch liefern, er ist Olympia-Athlet. Natürlich. Also er ist Olympia-Athlet. Aber wenn du jetzt so sagst, du weißt, worauf du hinaus willst, du willst auf diesen Support-Bisschen aus. Weil guck mal, ich denke mir so, wenn er jetzt morgen denselben, oder was heißt, denselben Move, aber so einen ähnlichen Move macht wie du. Er scheißt, guck mal, das ist genau wie Rap. Er ist immer wieder genau wie Rap. Er sagt, weißt du was, ich mache den realen Scheiß. Ich gehe zum Olympia, ich zeige euch, was Bodybuilding ist. Und dann gibt es halt dieses, das ist auch das Authentische bei Erdem, das hatten wir letztes Mal auch. Er kommt von dem realen Scheiß, deswegen kann er sich auch hinstellen und den weniger realen Scheiß, jetzt nicht gegen andere Athleten, die jetzt nicht beim Olympia oder die jetzt nicht Hardcooper-Diwilding machen. Aber die Leute wissen, er hat es gemacht. Er war auch, er hat es gestopft. Er war dabei. Er hat es gemacht. Er war richtig gut. Also muss ich sagen, wenn er weitergemacht hätte, wenn er weitergemacht hätte, dann wäre er Profi geworden. Das sagt Manuel Bauer auch. Manuel Bauer war alles graubig. Also geht jetzt auch diesen Weg, sagt, pass auf, ich muss ein Paket anlegen, das ich danach zu Leuten gehen kann und denen was vom Leben erzählen kann, vom Bodybuilding und so. Bei dir ist, das könnte man sagen, so diese Do's Pain. Der Zug ist ja schon, du bist ja schon 50 Mal diesen Weg gelaufen, den kein anderer hier in Deutschland gelaufen ist. Das heißt, er könnte sich jetzt auch hinsetzen und auch sagen, ich mache Roman-Fritz-Programm. Schreibt mir bei so und so, blablabla, hin und her und würde erst mal einen Kuh melken. So, ich will damit sagen, es muss doch irgendwie in der Industrie, jetzt auch in der Fitnessindustrie, jetzt Big Zone, Sec Plus, wie die alle heißen, so. Ich denke mir nur so, es muss doch eine geile Mitte geben, so, dass ein Athlet, der real ist, Ruhe hat. Wir merken das gerade auch in der Rap-Szene, durch Spotify und so hast du halt genau dasselbe Szenario. Guck mal, Spotify ist im Endeffekt wie ein Bodybuilding-Instagram. Früher gab es die Bühne, Olympia, Arnold Classics, gehst du hin, bist du ein Mann, gehst du nicht hin, bist du ein Opfer, halt die Fresse, du bist kein Bodybuilder. Alte BB-Probe auf deinem Instagram-Profil interessiert keinen. Dann kam Instagram, tausend andere Typen haben dich hingestellt, haben gemacht, haben auf süß gemacht. Die Klasse, ja, ich bin die Klasse, Bikini-Klasse, keine Ahnung. Photoshop, genau, so hin und her. Und können im Endeffekt, genauso wie in der Rap-Szene, sagen, ja, ich habe jetzt auch hier meine Mucke, ich bin auch ein Star, ich bin bei Spotify, kaufe mir ein paar Likes auf Instagram, ich bin auch ein Rapper. Wo ich dann auch hingehe und sage, nein, du bist kein Rapper. Du hast nicht da das gemacht, das gemacht, das gemacht, Arsch ausgerissen, Alben abgeliefert, hast du sozusagen auch in der Szene verkehrt, hast dir den Stress gegeben. Weißt du, warum ich rausführe. Ich will diesen Vergleich ziehen. Und da ist leider immer wieder am Ende so, wenn du dann in einem gewissen Alter bist und so, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, wenn du irgendwann sagst, ich habe für die Sache gelebt, hat es nicht gelohnt. Ich habe wirklich dafür gelebt, ich habe das gelebt. Ich habe das nicht vorgelebt, sondern ich habe das durch und durch gelebt, ich war das durch und durch. Und ich will damit sagen, dass der Respekt dafür fehlt. 100 Prozent, bei ihm ja. Bei allem, ist immer bei allen so, ist bei den meisten so. Glaub mir, ich glaube, er merkt generell der Unterschied zwischen Amerika und Deutschland. Ja, Mann. Ich muss aber sagen, dass er, guck mal, es gibt einen Podcast in Amerika, das ist das Brochat. Ich weiß, er ist da der Man, ich gucke den, ich verstehe zwar nichts, weil die nur Englisch sind. Das ist der meistgeklickste Podcast und wenn er zum Beispiel da eingeladen ist von Ford, Junge, die Kommentare drehen durch bei ihm. Du kannst perfekt, warum bist du nie nach Amerika gegangen? Gute Frage. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, weil ich nie so den Mut hatte. Er war bei Animal, die waren da sogar platziert. Das war eine amerikanische Firma. Aber Bruder, du wisst, der ist perfekt Englisch, du hast das Gesicht, Alter. Hättest du dir noch so gejagert gehabt, hast du die Haare so gemacht ein bisschen und so diese Zähne, wie wir jetzt gerade, diese Scheiße. So, dann ab nach Amerika, ich glaube, es wäre geil. Bräuchst du das, dass du nicht wieder... Ja, ich sage es dir, ich denke mir schon manchmal, oh, fuck. Aber wärst du der Meinung, okay, das ist eine gute Frage, wärst du der Meinung, jetzt rein objektiv, dass sich das da weitergebracht hätte als hier? Ja. In Bezug auf was genau? Auf das Wissen oder auf alles einfach? In Bezug auf Training, Connection, alles? Alles. Einfach auf das Bodybuilding-Business. Weißt du schon so, wenn du da so richtig tief in der Materie drin steckst. Entschuldige, aber das ist dann Dennis Wolf. Er hat sich verletzt, er ist immer noch da. Warum? Weil irgendwas geht immer. Ja. Dennis Wolf war so der, man hätte gesagt können, der Golden Boy, der wird es jetzt machen, Dicker, der konnte ja mitmischen, der war ja, Alter, der stand neben Jay Cutler und war stabil. So, und mit dem habe ich auch nochmals geschrieben, Alter, wo er es zurückgeschrieben hat. Ich habe mich so gefreut, ich sage so, yes, Alter. Dennis, und überleg mal, Dicker, er ist da, miese Verletzung, Game Over, hat nochmal mit Dennis James so ein bisschen probiert, die haben ja so ein bisschen diese Filme gemacht, wir arbeiten uns zurück. Und trotzdem ist er da und irgendwie ging am Ende was. Und ich glaube, das ist das, was du sagen willst. Die leben das da. Er hätte da aber auch nicht den Hate wie hier. Das gibt es da gar nicht. Die Anerkennung hätte so eine Anerkennung. Sowieso, ja. Und das wird auch nochmal gepusht. Und das Lustige, was mir aufgefallen ist, dass man von da, wo man herkommt, immer den meisten Hass bekommt. Ist dir schon mal aufgefallen? Stark, starker Spruch. Ausschreiben bitte. Aber es ist in Amerika, in der zum Beispiel in der Hip-Hop-Szene sagen die auch, die meisten Rapper sterben in ihrer eigenen Stadt wegen dem Hate. Also es ist so, du bist dann, wenn du unter deinen Leuten bist, dann ist da der Neid sehr hoch. Aber ich meine ja nicht nur den Hate. Ich meine jetzt nicht nur, im Endeffekt ist ja Internet auch eine geile Sache. Die eine positive Sache aus dem Internet ist, dass zum Beispiel, man merkt es ja bei, wie heißt der Physik, Classic Physik? Urs. Urs, unser Urs. Er hat sich da vorne sozusagen, da ging eine kleine Tür auf, er ist gleich rein. Er ist gut platziert. Er war genau in diesem Zeitfenster, ey, mach ich jetzt, mach ich nicht, gar nicht überlegt, bam, rüber, auf jeden Fall mit jedem Bodybuilder da irgendwie connected, Podcast gemacht, geile Attitude. Worauf ich hinaus will, er hat das halt, diese Art und dieses Potenzial, er hat es halt auch. Es gibt halt einen Ronny Rockel, Alter, so, Ronny konntest halt nicht. Sorry, kein Hate jetzt. Von der Optik 100%, von der Legacy ist er trotzdem seine Legacy gemacht. Er weiß auch sehr viel, ich herritte ja oft mit Ronny und so, der ist nicht ohne, er ist auch ein guter Athlet gewesen. Genau, aber er hätte erst mal, keine Ahnung, ein Jahr Kurs besuchen müssen, aber Ronny hat auch nicht dieses, ich glaube, Ronny hat auch keinen Bock da auf diese Nerven. Aber ich glaube, hättest du Bock auf diesen Hype um dich herum oder würdest du nur lieber dein Ding machen wollen und mit allen gut sein? Weil guck mal, er ist auch dieser Ding, ich weiß was man. Wenn du telefoniert hast, unterschätzt Social Media nicht, also du weißt, wie das ist, jeden Tag YouTube ein Video hochladen, ja guck. Das ist, also das musst du machen, aber das Ding ist, wenn du da so drin steckst, weißt schon, so wie der Urs und so oder der Nick Walker, die ganzen, dann machst du das ja nicht alleine. Nein, du hockst ja nicht dann alleine. Du hast ja Leute, du hast Media-Team nicht. Genau, du hast dann so, du weißt, okay, der kommt immer mit zum Filmen, okay, der macht dann die Videos, der kümmert sich um das, mein Coach macht das, bla bla bla. Was ich jetzt mache ist, ich habe jetzt genau so eine Kamera, die nehme ich mit zum Training, stelle die auf, labere irgendwas rein, schneide das selber, bla bla bla. Ich mache meine Ernährung selber, koche mein Essen danach selber und so und. Und du machst, dein Programm machst du selber, ne? Ich mache alles selber. Aber wie ist das, also du machst, also ich weiß, dass du früher immer mit Justin hattest, du hast mir den Coach damals da klar gemacht, also schreibst du noch mit ihm, nein, ne? Oder ab und zu? Ja, halt so auf freundschaftlicher Basis. Dave, Dave, also fragst du noch irgendwo nach, gar nicht mehr? Nein. Auch nicht mehr Stoff? War nur scheiße, wenn du gefragt hast. Irgendjemand hat was geredet, dann ist es nach hinten losgegangen? Ja, es war immer so, pass auf, ich habe, es war bei mir immer so, immer wenn ich, immer wenn ich mir habe reinreden, also ich habe schon Leute gefragt, um nach Rat und dann halt ausprobiert und so, gell? Aber immer wenn ich mir habe reinreden lassen, und das ist passiert, seitdem ich Profi geworden bin, da sind Leute auf mich zugekommen, die haben mir so ungefragt Ratschläge gegeben. Da war ich schon so nach dem Motto so, hey, es wäre besser, weil du bist Profi und du musst jetzt mal so und so und so machen. Da habe ich mir gedacht so, hm, ja, vielleicht hat der recht. Dann habe ich das gemacht und dann habe ich mir gedacht, so, in Bodybuilding ist ja immer so, du merkst ja erst immer, ob das Erfolg hat, so mindestens ein halbes Jahr später, frühestens ein halbes Jahr später. Und dann dachte ich mir so, oh, schon wieder ein halbes Jahr verkrankt. Dann brauchst du wieder ein paar Monate, bis du wieder auf dem alten Stand bist. Was ist, wenn du bei den Ami bist, jetzt triffst du J-Card, dann nimmst du J-Card und beiseite und sagst, hey, Bruder, hör mal her zu. Hab ich schon. Guck mal, ich würde, guck mal, ich würde, guck mal, ich würde, guck mal, ich würde, guck mal, hast du schon, okay, sag dir, du, ich sag dir, wie ich machen würde. Du hast probiert, wird rumgedribbelt, im Internet, man liest da, ich selber auch, was ist, 50 Foren, 50 Podcasts, du hörst den, der lügt, der erzählt nur Scheiße. Ich würde zu J-Card gehen und sagen, guck mal, ich bin aus Germany geflogen. Du warst mit Ronnie Coleman, Kopf an Kopf, ihr habt eure Filme gemacht. Ich schwöre dir bei Gott, setz dich jetzt hin, sag mir, oder ich hau dich, oder ich gehe in die Öffentlichkeit und sage, ich expose euch alle. Ich hätte so ein, ich hätte so ein, weil das so ein Mythos ist. Aber was soll er sagen, du meinst in Bezug auf Stoff? Was denn sonst? Nur, ich will die Liste haben, gib mir die verfickte Liste und wenn du mir die Liste nicht gibst und wenn du lügst, ich schwöre dir bei Gott. Das ist die Dosierung. Du darfst keine Hände. Ja, 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 aber ich schwöre, ja genau, klar, genau, genau, die Dosierung. Die Dosierung ist noch das. Ja, genau, aber wenn du ihn redest, sagst du, ja, vier Einheiten. Ja, aber keiner wird mir, also guck mal, ich habe ja den Podcast gemacht, ich glaube, da durftest du nicht reden, weil... Nein, da hatte ich keinen Bock. Ja, okay. Weil ich hätte schon sowas sagen können, aber dann dachte ich mir, oh, bevor ich mir jetzt wieder den Stress gebe. Also guck mal, der Einzige, der offen das geleakt hat und gesagt hat, war der Heiko mit so 60 Einheiten. Heiko Kallbach. Ja, so, weil er hat gesagt, alles andere ist Palabra und ich glaube und ich weiß, ob er das jetzt bestätigen kann, ist es, wenn wir jetzt die Top 14 der Olympia nehmen oder Top 15, ne, ist es die Genetik, die am Ende entscheidet oder ist es die Hemmschwelle, noch mehr Stoff zu ballern? Es ist der perfekte Sturm, hast du ja vorhin gesagt, verstehst du, wenn der perfekte Sturm aus Genetik und zur Genetik gehört nicht nur, wie gut baue ich Muskeln auf, sondern, nein, 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 pass auf, zur Genetik gehört auch, kennst du die Leute, die trinken eine halbe Flasche Bier und sind dicht, sind besoffen, ja, und dann gibt es die anderen, die trinken eine Flasche Wodka und reden immer noch, als ob nichts gewesen wäre. Genetik, Stoff abzukennen. Das ist auch Genetik, ja, und dann, Genetik, Stoff abzukennen, wie viel Stoff kann ich auch? Genau, die nächste Genetik ist, wie lange hält dein Körper das durch? Dann der nächste Teil der Genetik ist, wie lange hält deine Physiologie das durch, deine Gelenke, deine Sehnen, deine Bänder, wie lange kannst du das durchziehen? Und dann kommt erst, wie schnell baust du Muskeln auf, wie sehen deine Muskeln Ansätze aus, wie rund sind die, wie breit ist deine Taille, das ist und auch mental. Okay, aber würdest du behaupten, dass auf der Bühne fast jeder den gleichen Intus fährt an Material? Ja, auf jeden Fall. Also es ist so. Im Grunde ist die Stoffsache überhaupt nicht so aufregend. Es gibt so ein paar Wirkstoffe, die alle benutzen. Und ein paar Peptide, die alle benutzen, halt Insulin, Wachstumshormone, IGF-1. Und bei den Steroiden ist es halt Testosteron. Die Basic-Komponenten. Genau. Das ist so, was jeder benutzt. Und der eine kann mehr, also der eine kann das ab, der andere wiederum nicht. Und das, was man abkann, findet man für sich heraus, theoretisch. So, aber was ist der Punkt, der dich so aussehen lässt? Die Dosierung am Ende des Tages? Na, wie gesagt, das ist so die perfekte Symbiose. Symbiose, genau, das ist das Wort. Die perfekte Akkumulation von allem. Du brauchst da noch Alter, Timing, Glück. Auch, glaube ich, dein Umfeld. Guck mal, er hat, guck mal, was hat er richtig gesagt? Er macht seine Videos selber. Er kocht selber. Er kocht sich selber. Das ist aber im Musikgeschäft genauso. Guck mal, in dem Augenblick, wenn Hype da ist, zum Beispiel Urs. Jetzt ist Hype da, alle reichen sich um ihn. Jetzt müssen alle, wie sagt man, alle Gleise müssen gleichzeitig fahren. Alles muss laufen. Ich weiß, Media muss laufen, Social Media. Deswegen will ich ja sagen, am Ende muss, das verstehe ich deshalb auch nicht so in der Fitnessindustrie. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Fitnesshersteller wäre oder so, und ich wüsste, guck mal, es geht um Geld. Geld ist im Endeffekt die Energie dafür, dass Ruhe ist, dass der Athlet sich auf seine Scheiße konzentrieren kann, dass der Athlet ein Mediateam hat, dass der Athlet seinen Stoff hat, dass er sein Essen hat, dass er seine Supplements hat, dass er seine Reisen machen kann. In dem Augenblick, wo ich mir denke, alles klar, da sind jetzt ein Haufen Eierköpfe bei Instagram, die alle auf Athleten machen. Ich würde mir doch den rauspicken, wo ich sage, okay, es ist wie eine Aktie. Ich spekuliere jetzt darauf, der ist jetzt der nächste Typ. Oder bei ihm, Alter, wie soll er, seine Aktie ist die ganze Zeit so, so, die drücken, er geht weiter, die drücken, er geht weiter. Die Leute sind behämmert, weil die wahrscheinlich ja sagen, ja, kontrovers und ja. Er ist aber nicht kontrovers eigentlich. Weiß ich, ja, aber zum Beispiel so ein, wie heißt der andere, dieser Bauer, Alter, wir haben ja am Anfang gesagt, Tim Budesheim, Traktor und so. Bruder, lass mal, ja, Traktor, ich hab mein Team ja. Ich hab mal, ja. Tim ist netter, ich hab auch mit ihm ein bisschen cooler Typ, ne. Aber bei mir persönlich fackt sowas ab. Also, das ist immer wieder dieses deutsche Marketing, diese deutsche Herangehensweise. Ja, privat bin ich aber ein ganz netter. Was, Alter, in Amerika, wenn ich Nick Walker sehe, Alter, sagt er, ich fick euch. Er geht rein ins Gym, er beleidigt alle, er redet, er nimmt seinen Hund, schmeißt den und wohin, keine Ahnung. Ja, da ist gute Competition. Nein, es ist so dieses, hier ist so, Hauptsache nicht over the top, Hauptsache nicht der Star sein, Hauptsache nicht diesen Star hier verkörpern. Ich meine, er hat ja auch diesen Charme, aber bei ihm ist es nicht gestellt, sondern er sitzt da, weißt du was, hier mein Pulli, Alter, ich mach mein Essen, ich mach selber, fickt euch alle, blablabla. Das hat ihm aber im Endeffekt auch die Identität gegeben, dass die Leute Fans geworden sind. Aber das ist das 100.000% authentische. Die Angelscheiße kann ich mir nicht geben. Mit Traktor, Bauernhof, dies, das kann ich mir nicht geben, weil ich mir so denke, so viel kannst du nicht mit dem Traktor fahren, Dicker. Du kannst nicht, das geht nicht. Das ist Show, lass mal diese Show sein. Und vor allen Dingen auch dieses... Ja, aber er ist auch so beliebt, weil er... Also guck, ich kenne keinen, und damit meine ich auch keinen Amerikaner, ich habe es damals immer zu ihm gesagt, ich kenne keinen, der den Scheiß so lebt wie der. Kenn ich nicht. Wenn ich, als ich mir damals die Videos auf Team Andron guckte... Allein dieses Dreimamt-Taktion, die Leute gemacht... Die Roman Fritz wiegt, ne? Ja. So. Du weißt das, was ich meine, ne? Er hatte eine Leck... Komm, ich weiß alles. Leck der Käppi, er hatte einen Trainingspartner, der hat dabei beiden komplett zählt. Hieß er Stefan oder Markus? Stefan. Stefan. So, und dass er in dieses Studio reingegangen ist, und ich weiß doch genau, wie bei Kniebeuge diese Handtisch-Hand immer diese Geräusche gemacht haben. So hat er sich aufgeschrieben, und dann hat er den Anime-Sponsor bekommen, und dann ging ein bisschen so los. Ein bisschen Training umgestellt, ich habe sein Training kopiert, ich habe alles gemacht. Und die Generation, die ihn von da aus verfolgt hat, weiß einfach, er ist crazy. Also crazy, er ist da drin in diesem Wahnsinn. Das ist bis heute, glaube ich, nicht losgelassen. Immer noch zweimal Training am Tag? Ohne Scheiß, ich stehe jeden Morgen auf und denke mir, boah, das ist so geil, was ich mache. Ich habe jeden Tag Bock. Okay. Das ist krass. Aber bei den... Also durch... Gab es nicht einmal so einen Breakdown? Oder wo du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, ich lasse das hier? Boah, krass. Auch nicht bei Hüft-OP, auch nicht bei... Da hatte ich nur Angst, dass ich das vielleicht nicht mehr machen kann. Das wäre krass. Nach diesen tiefschlägen und Hüften und alles, was da wieder reinkommt. Und dachte mir so... Da hatte ich so einen Balkon mit offenem Fenster und dachte mir so, fuck man, soll ich da jetzt rausspringen? Alter. Und da habe ich mir gedacht, nee, 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 kann ich nicht machen, weil ich kriege das wieder hin. Und dann ist alles wieder so wie vorher. Aber mich umbringen kann ich mir für später noch aufheben, wenn ich es dann wirklich nicht machen kann. Aber es ist wirklich so, jeden Tag denke ich nur, oh, heute im Training mache ich das und dann mache ich so und dann, oh, ich mache dann... Das ist ja einfach so ein richtiges... Seit 20 Jahren mache ich das und seit 20 Jahren finde ich es geil. Und mich kotzt es nur an, wenn ich mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen, so wie zum Beispiel Hüftprothese oder sowas, was nicht machen kann. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel jetzt hatte ich ja erst vor acht Wochen die andere OP und da musste ich so wieder so Übungen weglassen und ich konnte mich nicht richtig bücken. Da dachte ich mir so, oh man, ich kann es kaum erwarten, bis ich wieder Kreuzheben vom Boden mache. Siehst du, das meine ich. Das meine ich. Was ist das für ein Einstellung? Dann probiere ich es aus bei Kniebeugen, gehe in die Hocke, ein paar Mal geht es und auf einmal merke ich so, wie ganz unten in der Kniebeuge, mein Hüftgelenk ist immer noch locker, das ploppt so kurz raus und wieder rein, aus dieser Pfanne. Und da dachte ich mir so, oh nee, 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 das ist mir scheiße, jetzt kann ich diese Woche wieder nicht, ich muss noch eine Woche warten. Aber das ist das Einzige, was mich so, was mich dann, was mich irgendwie runterzieht. Okay, Frage, als du gestorben bist, hat das was mit dir gemacht? Das ist eine interessante Frage. Hat das so, war das so ein, weißt du was ich glaube? Weil ich habe das Gefühl, dass du in den letzten, also das letzte Jahr hast du einen Erinnerungssprung gemacht. Würdest du das unterschreiben? Ja, seitdem, nach der OP dann halt, ja. Siehst du, das sehe ich ja. Ist das Mindset oder ist das einfach Radikalität oder also bist du radikaler geworden durch das Mindset? Ich war so, ich war an so einem Punkt, wo ich so ein bisschen, kennst du, du kommst in so einen Trott rein, alles ist so komfortabel, du machst jeden Tag dein Ding, es macht Spaß und alles, aber irgendwie, du merkst es nicht, aber du könntest, du könntest alles noch maximieren. Und die Zeit vergeht so vor dich hin und dann machst du so ein bisschen Fortschritte und dann lag es aber vielleicht auch an den Erfolgserlebnissen, dass erstmal keine Erfolgserlebnisse lange da waren. Genau, das auch. Weil du warst lange immer in diesem so ... Zehnter, dann mal wieder Vierter, dann mal wieder Siebter. Und ich merk's auch selber bei mir auch mit der Musik, also wenn ich jetzt Mucke rausbringe und das ist auch, haben mir auch viele Kollegen von mir in der Hip-Hop-Szene zum Beispiel so, wenn du dir dein Feedback nur aus dem Internet abholst, das ist surreal, weil du kriegst, gerade bei einem Shitstorm, du musst es mal ausprobieren, ihr habt gerade irgendeine Aktion, keine Ahnung was, Leute haten dich, geh mal raus, lauf mal durch die Stadt, kommt keiner und sagt, ey, Roman, weißt du, alle kommen und sagen, ey, und Flair, das ist das Krasse am Internet und ich glaube, bei dir kann das auch sein, dieser Trott, du bist in deinem Keller, du bist in deiner Routine, guckst ein bisschen Instagram, postest was, schon wieder ein Huch und so und kommentiert dein Foto, dann denkst du so, ich kenne das halt auch bei diesem Feedback, man muss ja ehrlich sein, man will ja geiles Feedback, man braucht ja die Bestätigung, man macht das ja auch dafür, beziehungsweise man freut sich auch darüber, wenn Leute einem was Nettes sagen und ich glaube, bei dir war das lange Zeit, also zum Beispiel diese Wettkämpfe sind bei dir nicht nur gut, jetzt kommt die Frage wieder, dass du halt da deine Plätze abholst, sondern du gehst da hin, Leute vom Fach gucken dich an und sagen, krass, gerade die Amis, die können ja auch, die sind ja auch immer viel besser im Feedback geben, aber wusstest du das? Aber gibt dir das, merkst du dann, merkst du, wenn du rauskommst, dass du dann nach Hause kommst und dir denkst, ah, okay, das ist dieses reelle Feedback und das gibt dir den Push? Jetzt schon, ja, aber die Zeit lang, was er gefragt hat, mit dem, warum ich so gute Fortschritte gemacht habe, nach der OP meinst du jetzt? Ich finde, sein Fortschritt ist immens. Das ist aber auch nicht nur, also wenn man sich damit auskennt, also ich kenne mich von Amaterios, wenn man ihn sieht, das ist schon, also das ist schon ein krasser Sprung. Das ist aber auch nicht nur uns aufgefallen oder jetzt bei uns hier, das haben auch die Amis gesehen. Er weiß das auch. Das ist so, das war wie so ein, so ein Erwachen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Sterben war ein Erwachen? Genau. Deswegen habe ich das gesagt, ja, du, der unabhängig ist mir so, fuck, so schnell kann es gehen und jetzt oder nie, weißt du, was ich meine? Weil morgen werde ich vielleicht vom Bus überfahren. Also war das theoretisch der Kick, wo du gesagt hast, fuck off? Dann habe ich mir nochmal, pass auf, ich habe ja immer schon, ich habe mich genau an meinen Ernährungsplan gehalten und so, aber halt, ich dachte mir so, vielleicht habe ich doch nicht alle Regler auf 10, weißt du schon? Und dann habe ich nochmal, von welchen Reglern sprechen wir? Alles. Er braucht doch diesen Talk jetzt. Nein, aber bei. Achsiegler, Dingsregler. Nein, weil er ist ehrlich. Bei Trainingregler war bei dir immer auf 10, Alter, oder? Ja, ja, sogar zu hoch. Zu hoch manchmal, ja, ja. Aber vor allem, was so das Essen betrifft, nicht, dass ich mich nicht an die gesunden Nahrungsmittel und so gehalten habe, sondern an die Gewalt, mit der du dich füttern musst. Ja, das kennt Alex, frag jemanden an Aufsiesen. Und die Gewalt, mit der du auch chemisch vorgehen musst, weißt du schon? Die Gewalt, also, dass du wirklich halt, ich hatte immer schon so, die Sachen, die man komfortabel, komfortabel auf Anschlag drehen konnte, die habe ich gemacht. Welche? Ja, zum Beispiel Training, weil das macht Spaß, dann halt schlafen und Lebensumstände, ja, dass du halt nicht abends, nachts in der Disco rumhängst und dich besäufst und so. Das ist ja alles, das ist ja nicht so anstrengend, sag ich mal. Das kann man ja machen. Für dich, weil du es lebst, aber ja, scheiße. Aber dann kommt sowas dazu, wie, dass du dich einfach mit Gewalt vollstopfst, auch wenn du nicht mehr essen willst. Siebenmal am Tag, sechsmal, achtmal am Tag. Das sage ich ihm immer so oft, wie machen die das so? Als Amateur ist das schon so schwer. Er kriegt es nicht rein. Und weißt du, was ich ihm sage? Du musst fressen mit Gewalt. Ich habe es mit ihm beim Dreivierteljahr gemacht. Was war das? 1,5 Kilo Kartoffeln am Tag? Ich dachte, was für eine Scheiße, wie geht das? Ja, ich denke mir so, ich esse und wie macht ihr das? Du musst ja noch mehr. Wie viele Kartoffeln musst du am Tag essen? Er ist Reis. Weil Reis und sowas ist... Leichter Verdeulicher? Das ist nur um weniger Fülle. Das ist ja locker 1.000 Karpz rein am Tag, ne? Mehr. Also 1.000 ist Minimum. Was mehr geht, ist gut. Da frage ich mich mal, wie macht ihr das? Bei mir geht es nur darum, den ganzen Tag, was ich esse, ich überlege mir nur, wie kann ich so viel Nährstoffe wie möglich auf so wenig Volumen wie möglich. Rennen wir da aber auch von... Also machst du immer noch Cheats? Also Cheats im Sinne von... Früher war ja immer ein Eis nach dem Training mit Cookie. Gibt es das heute noch? Ne, weil das verkackt meine Verdauung. Ja, die Milchproduktion. Wenn ich mir dann so krass... Weil du musst die anschauen, bei Ben & Jerry's die erste Zutat ist Vollfettsahne. Wenn du dir so einen halben Liter Vollfettsahne gibst, Alter, dann bist du voll. Im wahrsten Sinne des Wortes. Machst du es mit Kelloggs und so? Also alles Mögliche, Kohlenhydratpulver, so. Was hast du, also Minimum ist 1000, Eiweiße zählst du nicht? 500. Bist du der Meinung, dass Eiweiß die Verdauung schädigt bei der Menge? Kommt daran. Was du beziehst an Fleisch und so, ne? Die Leute immer, oh ja, wenn ich so viel Protein esse, blablabla, denke ich mir, ja natürlich, beim Magerquark schon, ja. Aber wenn du Proteinquellen nimmst, die halt einfach verdaut werden, wie zum Beispiel so Fisch, Hühnchen, Eiklar, Steak, wenn es mager ist, ja, zum richtigen Tageszeit natürlich nicht, nicht... Ja, und dann lässt du Sachen wie so Haferflocken und so. Was alle immer sagen, oh ja, die unverarbeiteten, gesunden Sachen, die soll, wenn es darum geht, die lässt man am besten weg. Man isst nur so weißen Reis, irgendwas auf Maisbasis, Kelloggs, Kohlenhydratpulver, Reiswaffeln, alles was... Warum nicht Haferflocken, weil das so viel Acker hat, Ballaststoffe... Es bläht auf, auch. Du musst halt das Sitze machen. Reispudding, sowas? Ja, so Zeug. Reismeel oder? Genau, so Zeug. Alles was so, wo du halt, wo du es isst und du kannst eine Stunde später oder 90 Minuten später schon wieder essen. Ja? Und dann, worauf du hinaus willst, ist, dass du mal realisierst, weil es wird ja in den Medien, also wird ja in der Öffentlichkeit immer verschwiegen, wie viel du noch zusätzlich im Kühlschrank haben musst. Weißt schon? Und das ist immer das, was mich so langweilt. Ich rede mit anderen Profis. Ja? Die sagen nicht, die war halt, ne? Und dann sagt jemand zu mir, ah, ich habe noch nie Wachstumshormonen benutzt. Dann denke ich mir, man, dein Gesicht schreit Wachstumshormonen. Ja, ja. Weißt schon? Was sagst du, wenn... Lass ihn auch hops nehmen, dein Spaß. Ich wollte das von dir... Ich wollte Dingslern... Aber ein guten Freund, der heißt Onram. Onram. Ja, Onram. Genau. Das ist auch... Onram. Ja. Du hast jetzt noch mit ihm geredet, mit Onram. Ja, ja. So. Nein, aber... Okay, Frage. Frage. Ich muss fragen. Wenn du vergleichst von vor zwei Jahren zu jetzt, wie viel waren die Regler vor zwei Jahren und ist das ein deutlicher Schub zu jetzt? Ja. Ja? Was aber, wenn so ein Markus Ruhl da in so einem... Jetzt nicht gegen Markus Ruhl, der ist eine Legende. So. Aber was mich auch abgefuckt hat, Bruder, er war ja wirklich die Multisau, Alter. Der war ja wirklich zu seiner besten Zeit, Alter. Man dachte, okay, wieder erstanden im Monikomen und war... Motherfucker. Ja. Und dann sitzt der Podcast und redet, was von vier Einheiten wachst. Oder was war das? Ich habe das mit Ronny thematisiert. Da hatte er halt ein Ausguss. Doch, auf, Alter. Da bin ich sauer geworden. Ich bin nur Fan, Alter. Und denke mir nur so, ich habe vier genommen. Bei mir ist nichts passiert. Ich schwöre dir, was war bei mir? 500 Tests, vier Einheiten, bisschen... Nicht mal 500 Tests. 250 jetzt. Ja, bei dir. Ich habe vorher schon mal 500 Tests. Ich habe auch schon mal 750 Tests gemacht, wo ich meinen Kopf so hatte. Habe ich rum und dann gesagt, oh Mann, Alter, was geht da? Ich bin gefällig. Nein, aber, Alter, vier Einheiten. Er steht da, ist einfach Multimutant, Alter. Da war ich drauf, wo ich auch sauer. Also, in dem Fall, pass auf, um das jetzt politisch korrekt zu halten, weil ich niemanden angreifen will, ja. Entweder man sagt, was los ist. Oder man sagt gar nichts. Genau so ist es. Man sagt nicht, oh, ich habe noch nie das oder ich habe so eine Frauendosierung gefahren. Man sagt einfach, pass mal auf, will ich nicht drüber reden, dann sagt jeder, okay, ist seine Privatsache. Man redet auch, wenn man nicht über Analsex mit seiner Frau reden will, dann sagt man da rückzulich. Dann rappt man drüber. Ja, schau mal. So, okay, aber... Nein, dann pass auf. Pass mal auf. Du siehst Will Smith. Der macht, ich glaube, in keinem einzigen Song, den Will Smith rausgebracht hat, ist jemals irgendwo ein Schimpfwort, ja. Dann siehst du Eminem, der nur schwuchtelt, was bei sich irgendwas sagt, ja. Okay. Jeder ist seinen Weg gegangen. Jeder hat seine Ausdrucksweise gewählt und jeder hat über das gerappt, was er rappen wollte. Und so ist es im Bodybuilding auch. So sollte es sein. Entweder man ist, man sagt, was los ist oder man hält es im Thema die Fresse. Oder man ist Will Smith und macht, hey, ich bin Jiggy und so. Und dann darfst du aber nicht auch krass machen. Genau. Weil wenn jetzt Will Smith irgendeinen Song rausbringen würde, wo er nur das N-Wort benutzt und sagt, Drogendealer, Dillstar, weißt du schon? Dann sagt jeder, was will denn der jetzt? Ja, ja, richtig, richtig. Weißt du schon? Ja? Okay, dann, was, wo du Jay Cutter dann gesehen kannst, ich mache mal eine Jay Cutter, aber ich bin mega... Du hast Jay genommen und hast gesagt, ey Jay, hör mal zu jetzt. Guck mal, wir sind unter uns. Sag mal deine Dosierung. Hat er geredet? Ja. Hat er die Wahrheit gesagt? Nein. Er hat mir gesagt, er hat es so ein bisschen auch politisch korrekt ausgedrückt. Er hat gesagt, pass mal auf, ich habe das und das gemacht, ja, aber später dann irgendwann nicht mehr. Er hat gemeint, ja, Insulin und so, bla bla bla. Er hat doch nach dem Training Cola und Vanilla-Way immer getrunken. Ja, ja. Aber das war noch zu den Zeiten, wo er halt Insulin und so benutzt hat. Frisch, ja? Weiß ich nicht. Das war 2000, könnt ihr alle anschauen, New Improved and Beyond, ist das Video. Da gibt es die eine Szene, wo er seinen Kühlschrank aufmacht und man sieht oben in dem Butterfach steht so das kleine Humalook-Fläschchen mit Insulin und Wachstumshormon und alles Mögliche. Das haben sie vergessen rauszuschneiden und da haben sie einfach drüber gefilmt. Er hat so einen Arm da, ne? Er ist so. Und ich glaube, das ist von 2004, aber dann zum Beispiel, wo er bei Mr. Olympia, wo er dann sein Comeback gemacht hat in 2009. Da hat er gesagt, er hat keinen Insulin benutzt. Okay, ich wollte unbedingt auf 2009 hinaus, nämlich. Ja, weil da war er komplett abgezogen. Der Unterschied ist aber, wenn du, du musst oder du kannst anders vorgehen, wenn du an dem Punkt bist, wo du schon die Masse hast. Also etwas zu halten ist bedeutend einfacher und weniger aufwendig als wie wenn du 20 Kilo noch zuzunehmen hast. Also kann es sein, dass, sagen wir mal zum Beispiel, Nick Walker hat eine gewisse Masse. Kann er die dann halten, wenn er zum Beispiel ihn so raussetzt, aber an einem gewissen Punkt? Genau. Deswegen, wenn du ihn jetzt anschaust, der wird immer, ich sag mal, ästhetischer. Wird er? Für seine Verhältnisse. Ja, aber das ist halt, weil er nicht mehr, weil er nicht mehr so in die Vollen gehen muss mit Insuliden und mit Reinfressen, weil er hat das Protein schon da und er hat schon die Grundstruktur, er hat schon das Gerüst und das aufrecht zu erhalten ist viel weniger Aufwand als wie vor fünf Jahren, wo er das noch aufbauen musste. Das siehst du auch daran, wenn du ihn jetzt mal seine Videos anschaust, wird er noch mal irgendwann fett oder weich. Der sieht immer krass aus. Das merkt man bei ihm, das Gesicht, das ist immer Dings. Ja, und auch schon. Er ist immer klassischer, schöner. Vor zwei Jahren hat er noch manchmal. Weil er nicht mehr versuchen muss mit Gewalt noch ein Kilo, also der kämpft nicht mehr mit Gewalt um jedes Gramm, sondern der denkt sich, ich bin 1,70 Meter groß, ich wiege 120 Kilo hart, ich muss nur noch ein bisschen so am Beinschwung arbeiten, vielleicht ein bisschen, ja, genau so Feintuning machen. Der muss nicht mehr versuchen. Also es ist ab einem gewissen Punkt nicht mehr so gesundheitsschädlich, wenn man das so sieht. Ja. Das heißt, Jay Cutler, wo er 2009 zurückkam, hatte auch noch seine Masse, dachte sich, okay, jetzt fokussiert nochmal auf den Wettkampf. Dann hat er bestimmt irgendwie so ein Programm gehabt, also seinen Ablauf gehabt, dass er jetzt in die Vorbereitung geht, aber hatte schon so viel Fundament. Er hat nur gewonnen, weil es so abgezogen gekommen ist. Genau, meine ich ja. Das Fundament war da, konnte ein bisschen gesünder rangehen, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, sagst, ey, ich muss zu Tag X auch noch aufgebaut haben, dann in die Defi-Phase gehen hin und her. Weil Jay Cutler 2009, das war so krass. Der war sogar, du musst überlegen. Der war leichter. Er war 20 Pfund leichter, als da, wo er 2006 zum ersten Mal gewonnen hat. Boah. Das musst du dir vorstellen. Das hat man aber gesehen. Da die Härte, wo er gegen Ronny gewonnen hat, war nicht so wie 2009. 2009 kann man unnormal. Ja, genau. Darum geht's. Darum geht's. Pass auf. Weil er halt einfach, der hatte die Muskeln schon drunter. Ja. Und der musste vorher nicht, wie er gesagt hat, so große Sprünge machen und sich hochstoffen. Sondern er konnte dann da, wie er gesagt hat, also er hat halt dann die Vorbereitung angefangen mit seiner Masse, die er halt hatte. Und er hatte so, ja, ein bisschen hier vorn, ein bisschen da vorn. Vielleicht mal mehr Fokus auf Defi, ne? Weil das Gesicht war zum ersten Mal so eingefallen. Bist du der Meinung, dass, ich frage dich mal so, dass Inso die Härte am Ende kaputt macht, oder kommst du doch auf die Diät an? Ja, schau mich halt an. Sehe ich weicher aus. Nein. Das ist aber auch Genetik, ne? Nein. Guck jetzt. Ich war bewusst gefragt. Es ist, also es, vielleicht so ein bisschen, aber der Haupt, der Hauptanteil an sowas ist halt schon, wie sehr du leiden kannst. Also wie sehr du, wie tief du da in das, wie tief du dich in dieses Loch eingraben kannst. Wie leidet man bei Insulin? Nein, er meint in der Diät. Ach, in der Diät, sorry. Genau, das abgezogene. Weil es gibt ja immer Leute, die behaupten, der Stoff macht heute die Härte nicht, aber dann gibt es halt so Leute wie Minus und so, die sagen, nein, es ist einfach, weil keiner Bock hat zur Diäten. Und vor allem, weil auch niemand am Schluss weiß, wie man mit dem ganzen Zeug umgeht. Die denken einfach, ich nehme Insulin. Wie zum Beispiel, man sieht das ja auch immer, wird ja oft bei euch hier drüber diskutiert, die Zeit, die Epoche von Dorian Yates, der hat ja angefangen mit Insulin. Nee, Wachs. Aber auch nicht Insulin? Hat er benutzt, ja. Warum, wenn du trotzdem die Ära vergleichst mit heute, warum sehen die alle immer noch plastischer Härte, weil die diätet haben? Die haben sich krasser diätet, nicht? Es ist... In der Essensmenge? Nein, pass auf. Es ist erstmal der Standard, den wir heute haben. Ja, tschuldigung. Du brauchst viel mehr Masse einfach. Ah, okay. Ja, und so gewisse, also Wachstumshormonen, Insulin und so, das hält einfach so ein bisschen so ein bisschen weich, weich her, macht es nicht immer. Ja, das unterbricht mich mal keiner. So ein bisschen weicher macht es dich immer. Ja, also es macht schon, dass die Kollagensynthese hochgeht, deine Haut wird so ein bisschen dicker. Und das Problem ist aber, wenn du jemanden anschaust von früher in den 90ern, die sind bedeutend dünner als die, die Leute, die heute mitmachen. Da war, wenn du dir jemanden anschaust, so wie Kevin Rawls oder sowas, wenn der heute bei Mr. Olympia mitmachen würde, der wäre einer von den dünnen. Okay, weil wenn der 1,80 Meter groß ist und wiegt 110 Kilo, dann, genau, oder der Nick 10 Zentimeter kleiner wiegt 10 Kilo mehr. Weißt du schon? Also erstmal, du musst einen Standard halten, was so Volumen und Körpergewicht betrifft. Ja, und dann ist es noch so, dass die früher, und darüber redet keiner, viel tiefer in die Trickkiste gegriffen haben mit so Entwässerungsmitteln. Klasics. Und darum sind die auch krepiert viele, ne? Genau. Wann war denn heute zum letzten Mal, dass irgendeiner kurz vorm Wettkampf gestorben ist an Dehydrierung oder sowas? Das gibt es heute gar nicht mehr, weil die Leute das nicht mehr machen. Die wissen, sie müssen das nicht mehr machen. Früher war die ganze Zeit, da wird einer von der Bühne getragen, dann einer schirbt. Sogar Ronny Coman, diese Hotelgeschichte war auch wegen der Interessen. Geistes Serino ist fast abgebrannt, kurz bei den Diuretikern. Ja, aber das war was anderes. Der hat so eine komische, irgendeine Reaktion gehabt. Aber ständig, früher war das ganz normal. Und dann haben die irgendwann mal gesagt, oh, wir müssen hier Diuretikertests einführen, dass das aufhört. Und dann, was ich für positiv empfinde, ist, haben die Kampfrichter irgendwann mal langsam, aber sicher ist das Kampfgericht davon abgekommen und haben Körper besser bewertet, die halt massiver waren, aber dafür ein bisschen weicher. Es hat sich langsam so eingeschlichen. Welches Jahr fandest du, war die komplette Symbiose aus allem? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil es kommt immer so auf die Athleten an, die da auf der Bühne standen. Es gibt, was mir jetzt persönlich am besten gefällt. Ich habe schon, ich sage dir gleich. 99 war ziemlich gut. 99, da hat der Coleman seinen Zweiten gewonnen. Flex Wheeler war zweiter Platz. Chris Cormier war dritter. Sie sah auch brutal aus. Da waren alle ziemlich krass. Ja, und auch massiv. Ab wann glaubt ihr, also ab wann sagst du, es ist übergeschwappt? Das ist Katastrophe, kannst du nicht mehr angucken, nur noch breit, keiner ist mehr geil. Ich finde, es hat sich geändert, als Dexter Jay abgelöst hat. Danach war irgendwie nicht mehr so. In 2001 haben sie auf Diuretika getestet. Da waren alle nicht so gut. Ja, also da waren alle wirklich nicht so gut. Außer Jay. 2001 gegen Ronny sah ja brutal aus. Ja, er ist auch durchgefallen durch den Diuretika. Das wusste ich gar nicht. Ja, er ist drei Diuretika, war er positiv. Dann haben sie gesagt, das haben sie erst beim Wettkampf nicht gesagt. Das kommt ja erst nachher raus. Und dann haben die zu ihm gesagt, ah ja, du musst dein Preisgeld zurückgeben und die Platzierung wird dir aberkannt. Dann hat er gesagt, nein. Und dann haben die gesagt, ja, aber du kannst natürlich gerichtlich dagegen vorgehen. Dann hat er gesagt, ja, das mache ich. Und dann haben die gesagt, oh. Und dann ist nie was draus geworden. Aber er ist dadurch den Test, er hat drei Diuretika, waren positiv. Du weißt nicht, welche, ne? Nein. ACT bestimmt. Nein, hundertprozentig Aldakton. Weißt du schon, Spirum, Lakton. Hundertpro und dann halt noch zwei andere Sachen. Aber den Test, den sie gemacht haben, das hat auch der Jay schon gesagt, der, wie sie den, also wie sie den durchgeführt haben, der war nicht nach den offiziellen Standards. Das war nicht. Deswegen war er so abgezogen und die anderen nicht. Genau. Junge, der kam, Junge, der hätte Ronny fast besiegt, hätte Ronny nicht die Masse gehabt. Genau. Der hat Arnolds auch 2001 gewonnen. Oder war da auch irgendwas, hat er da weggezimmert. Das war brutal. Chris, als hätte du gesagt, das war der beste Jay ever, 2021. Das war aber nur gegen Diuretika. Also Steroide und so haben die nicht getestet. Ja, weil das wäre ja lächerlich gewesen. Aber nur halt, weil sie halt gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal schauen, dass die Athleten hier nicht so, dass die nicht abkratzen alle ständig. Und dann, wie gesagt, der Test war nicht so nach den Vorschriften. Und dann hat der Jay gesagt, er geht gerichtlich dagegen vor. Und dann hat die IFB gesagt, ja, okay, dann nicht. Krass, ja, wegen Porto, du Öffentlichkeit. Aber um deine Frage zu beantworten. Ich finde, es kommt immer auf den Athleten drauf an. Wenn du jetzt zum Beispiel für Leaf 2011 nimmst. Oh, ja, ja, für Leaf. Also es gibt, also erporntechnisch, das kann ich dir sagen, das ist meine Meinung. Du kannst auch was sagen. Ich glaube, es kommt auf den Athleten drauf an. Wenn du jetzt zum Beispiel wirklich einen Film nimmst, 2011, wo er Jay abgelöst hat, war brachial. Ich fand es am besten. Das war für mich. Guck dir mal an, 2010 und 2009 Arnold Classic Kai Green. Kai Green. Denkst du dir, was ist denn das? Also, nein, nein, wirklich. Die Masse und die Härte und diese Kombination. Und das ist so richtig so, du kannst keine richtigen Jahre rauspicken. Du kannst Athleten in bestimmten Jahren sagen. Ja, das meine ich. Pass mal auf. Oder wenn du dir anschaust, Dorian Yates in 93 oder dann nochmal in 95. Wenn man jetzt einen, wenn man den besten deutschen Bodybuilder benennen müsste, wer ist auf eins? Dennis Wolff. Dennis Wolff, würde ich auch sagen. Danach kommt Ronny Röcke, würde ich sagen. Meiner Meinung nach. Was so Platzierung beim Mr. Olympia betrifft, ich glaube, Markus Rühl war mal Vierter. Wie hieß der? Schlierkramp? Nee. Ah, Günther Schlierkramp hat mal Ronny Coleman geschlagen. Also, ich glaube, der wurde Vierter. Wurde er nicht Dritter auch mal? Ich glaube, er war Fünfter bei dem. Aber der war so voll immer an den Statement. Nein, weil er da gelebt hat, glaube ich. Er kam ja von da, wenn ich mich täusche. Also, der ist erst da hingezogen. Ja, er hat den Schritt gemacht. Ich bin besichtigt, er war am besten platziert aus Deutschland. Was wäre aus Dings gewonnen, wenn er nicht gestorben wäre? Wie heißt er? Münzer? Ja. Nee. Der war zu... Nein, damals war das noch politischer. Deutscher, da warst du Deutscher, wann hat denn der zum letzten Mal mitgemacht? Ich glaube, der ist 1996 gestorben. Aber davor in den Jahren, so 1993, 1994 und so, da musstest du fast Ami sein. Da musstest du Ami sein, um dich hoch zu platzieren. Keine Ahnung warum. Doch eigentlich schon warum? Wegen halt Marketing. Das gleiche Problem beim Ronny Rocke. Wenn die den halt interviewt haben, der konnte nicht mal seinen Namen richtig sagen. Würdest du behaupten, es ist heutzutage Politik? Nee. Siehst du, es gewinnt Ägypter, es gewinnt... Ich wollte Ihnen fragen, wie da niemand... Also, ist es wirklich so, die können sich das, glaube ich, auch nicht erlauben, das über Politik Schiene zu schieben lassen, ne? Nein, aber der Markt ist auch so groß, dass es auch gut für sie ist. Ja, aber die würden die auch totschlachten. Ich glaube wirklich so, wenn ich das so beobachte, wie heißt jetzt der Kollege, der gewohnt hat? Derrick, Derrick Lansford. Nicht meine Namen, Hadi, wie, Hadi Chupa? Hadi Chupa. Ja, Bruder, der Markt, da wo er herkommt, ist ein Motherfucker-Markt. Ja, ich glaube. Der ist ein Weltstar, ne? Also in seinem Land ist er, die haben da eine Trophäe gebaut für ihn. Also deswegen ist Mr. Olympias mittlerweile Welt, Weltbühne so. Das ist aber der Unterschied. Guck mal, der kommt in sein eigenes Land. Die warten auf ihn, er wird abgefeiert. In Deutschland, ein deutscher Athlet geht hin, als einziger Deutscher seit wie vielen Jahren, und dann kriegt er Hit. Als einziger Deutscher? Anstatt, dass die Deutschen die Deutschen supporten und da pushen und sowas, in Deutschland bist du halt links. Der Letzte, der bei Mr. Olympia war, war 2015 Dennis Wolf. Und der Letzte Deutsche, der einen Profi-Wettkampf gewonnen hat, war auch 2015 Dennis Wolf. Okay? Und dann komme ich, acht Jahre später, fast zehn Jahre später, mache das Gleiche und alle sagen, öh, öh. Das habe ich gemeint. Er hat die anderen Sachen gemacht. Alle mühse, die sich schütteln. Ich meine, er hat... Die machen hier waschende Ruhe. Ja, aber warte, ist das für dich wirklich... Ich würde angriffen, weil ich finde das wichtig, weil er hat das prophezeit in meinem Podcast. Er hat gesagt, ich werde machen. So, erstens Frage, waren alle Wettkämpfe geplant oder bist du einfach durchmarschiert? Dass du gesagt hast, ich mache noch einen und ich mache noch einen. Ich habe es vorher geplant, nur ich habe dieses Mal nichts gesagt. Okay, Punkt eins. Wenn du rückblickend zurückgehst, hättest du was besser machen können? Oder bist du mit der Leistung komplett zufrieden? Ich hätte teilweise vor Ort, hätten Sachen besser laufen können. Weißt du, was ich meine? Aber das sind so Sachen, die oft nicht in deiner Hand sind. Okay, bist du aber auch selber jemand, der mal sagt, hey Roman, gut gemacht? So, warst du stolz auf dich? Das ist eine wichtige Frage, weil Bodybuilder ist immer nie zufrieden. Das ist der Antrieb, der ihn treibt. Weil wenn er jetzt zehn wegklatscht und er sagt danach... Also gab es nicht den Moment, wo du sagst, ja Mann, das war gut, Roman. Ich bin stolz so. Es gab so den Anflug davon. Aber nicht wirklich. Nicht 100%. Es gab so dieses flaue Gefühl. Das war jetzt ganz gut. Aber eigentlich ist es dann bloß so, ja okay, was ist nächste Woche? Aber lass mal, morgen muss ich Beine trainieren. Hast du alle Ziele von dem, was du dir da zu dieser Zeit vorgenommen hast, übertroffen? Oder hast du die geschafft? Das Ziel war es erstmal, da bei Mr. Olympia mitzumachen und einen Wettkampf zu gewinnen. Die sind abgehakt. Okay, nächstes Ziel, ganz offen. Top 10? Ja, genau. Weil jetzt war ich 14. Das Ziel ist dann halt, mindestens einmal in die Top 10 zu brechen. Okay, Frage, wenn du so einen Erfolg hast und du bist bei Mr. O und du machst den 14. Nimmt dir das, die Hemmschwelle weg, noch mehr Gewalt anzuwenden? Oder glaubst du, du musst die Routine weiterfahren? Ich muss auf jeden Fall die Routine weiterfahren. Ich darf nicht locker lassen. Du musst so, wie bei einem Auto, wie bei einem Rennen, musst du so die perfekte Mission. Reifen dürfen nicht durchbrennen, aber du musst weiter Gas geben. Genau. Motor darf nicht platzen. Genau, du musst so richtig so, du musst auf Anschlag fahren, aber du darfst sie nicht überdrehen. Und teilweise ist es echt hart so, jetzt auch schon wieder, dass du das aufrechterhältst, diese Routine. Mit dem Essen und mit dem Training. Auch mit dem Gewicht, was wiegst du jetzt? Gar nicht so schwer. 126. Aber ich bin halt hart. Und dann ist dieses komische, du hast immer dieses Gefühl so mit dem Wasser und dieser unangenehme Ort, an den du gehen musst, um noch mehr Masse aufzubauen. Findest du ein Aufwärtsschlimmer oder eine Diät? Oh, Diät ist so einfach. Diät, ich sag dir, Diät ist so richtig, oh, zum Glück hab ich Diät. Aber weißt du was, ich hab dich ja jetzt vor, oh, das interessiert mich. Normalerweise, ich weiß es ja, verliert man in der, also ab einer bestimmten Diätzeit ein bisschen den Überblick, wo du vielleicht dein selbst, dein größter Kritiker bist. Dass du sagst, hier noch ein bisschen weniger. Wie schaffst du das, ohne Coach, dich so, das so hinzubringen, die Form? Ist es die Erfahrung oder ist es einfach die Gelassenheit, dass du sagst, ich kann sowieso formtechnisch nicht verkacken? Ja, weil selbst 50% von seiner Härte fickt von allen anderen die 100% weg, das ist so. Weil sein ganzer Arsch ist zugestreift. Einmal war es so, dass er vollblown war, ich weiß nicht, welcher Weckkraft das war, da war ein bisschen so... Ja, das war der allerletzte in 2022, das war der allerletzte. Ja, da hab ich mir einfach gedacht, ach, scheiß drauf, ich lass einfach, ich mach einfach mal so richtig alles auf Anschlag. Und dann hab ich auf der Bühne 122 gewogen, also nur 3-4 Kilo weniger als jetzt. Da war es dann ein bisschen zu weich, nach meinem Geschmack, ja, aber da bin ich trotzdem Vierter geworden. Guck mal, es gab, ja, es gab der Punkt, die haben mich ja immer zu schmal gesehen, aber, in der Warte, ich würde das sagen, aber dann, als er, ich weiß nicht, welcher Weck, war das der Zweite, war das der... Dann hat man gesehen, fuck, er ist gar nicht... Es ist immer, das hab ich auch letztens, wo wir über dich geredet haben, mein ich auch, wenn man dich in deinen Videos im Alltag sieht, im Vergleich zu einem normalen Menschen oder zu einem normalen Schrank, zum normalen Auto, zu einem normalen Gegenstand, dann sieht man die Relation. Wenn du alleine da sitzt, die Leute, das ist dann, dann entsteht die Illusion, da sitzt halt jetzt der Typ und so sieht man halt aus, wenn man normal ist. Und das ist halt übertrieben krass. Und auf der Bühne hat man es dann endlich gesehen. Er hat aber mit die dicksten Beine gehabt, trotz... Meine ich ja, auf der Bühne, auf der Bühne, dann sieht man auch... Von der Side-Chats, dieser Hamstring, das ist so ein Repolyt. Ich will mir das heute live angucken, ich will so anfassen, ich will so anfassen. Ja, weil, es ist am Ende des Tages, überleg mal, wir reden von Top 14 der Welt, ne? Wie viele bei den Willing-Fans von Millionen gibt es? Ich hab da aber noch ganz kurz, mach diese Technik-Scheiße gleich hier, diese Dings dran. Ja, aber ich muss das fragen. Ich will noch ein bisschen in Dings rein hier, paar Rapper-Fragen. Du hast ja die Qualifikation, ich glaube, beim vierten oder fünften Wettkampf geholt, ne? Warum hast du weitergemacht? Ja, weil ich das mir so... Also anstatt dann... Er hat sich ja qualifiziert, er hat schon, er musste jetzt so noch Mr. Olympia an dem Tag so sagen. Aber du hast ja weitergezogen, vier, fünf Stück. Also ich hab's nicht verstanden als Fan, ich hab ja alles verfolgt. Ich fand's aber geil, ne? Das Ziel war... Ja, ich hab jedes Ding, ich hab immer gesagt, guck mal Roman, der ballert weiter. Genau, das Ziel war, einfach da so eine Routine reinzubringen. Weil du kennst ja, du machst einen Wettkampf. Und da probierst du, wenn du einen Wettkampf hast oder zwei, dann hast du nicht die Möglichkeit zu experimentieren. Wie ich jetzt gerade gesagt hab, bei dem einen Wettkampf dachte ich mir, scheiß drauf, ich mach alles auf Anschlag. Ja, klar. Guck mal, wie das aussieht dann auf der Bühne. Beim nächsten Wettkampf dachte ich mir, beim Bananenwettkampf denkst du dann, ich mach ein bisschen weniger hier vorne, ich mach ein bisschen mehr so. Was passiert, wenn ich das und das benutze? Also quasi nochmal zum Testen für Mr. Olympia, okay, wenn da jetzt was gewesen wäre, was nochmal besser geklappt hätte. Genau, das war einfach nur... Okay, dann muss ich so kommen. Nicht nur für den Mr. Olympia, sondern für den Rest meiner Karriere. Okay, ja klar. Und dann natürlich die Routine, die du reinbringst, dass es so mehr oder weniger schon fast Alltag ist. Ich meine, das ist bestimmt auch so, bei deinem ersten Konzert, oder wie 8 Mile, kennt ja jeder den Film 8 Mile, wo er kotzen muss vor dem Auftritt. Richtig, ja. Weil er so aufgeregt ist, ich meine, wenn du, ich wette, wo ich dich zum ersten Mal gesehen habe, im Backstage, im 2004, ja, da warst du bestimmt anders drauf, aufgeregter, als wie... Ja, ja, jetzt ist es eher so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, so normal auf 2 bin, was ist so ein normales Konzert, sind so 1.500 Leute, ist langweilig. Es muss schon so ab 20.000 Kitzel, also wenn du dann bei einem Festival bist und so und so eine Routine, dass man jetzt als Rap auf der Bühne steht, hast du ja viel mehr. Bei dir ist krass, das stelle ich mir auch krass vor. Du bist das ganze Jahr in deinem Keller und dann kommt dieser eine Tag und da musst du, das sagt ja was sehr, sehr Gutes, überhaupt diese Bühnenerfahrung zu bekommen und diese Bühnenpräsenz. Anwesst fragen. Gute Frage, Bruder, stimmt. Das hat er gut gemacht, weil jetzt nächstes Mal, wenn du da bist, wirst du dir denken, ach, du kannst dich nur auf dich konzentrieren. Und das hat man aber auch gemerkt. Ich weiß noch, bei einem Ding, Alter, bei irgendeinem, das war glaube ich dann einer der letzten, der letzten Wettkämpfe, da bist du schon so auf die Bühne gegangen, so von ihr Opfer, wer seid ihr? Das war krass. Genau. Da hat man so, hat da so Eier hängen lassen, so bah, da war es, war es. Da war es Star Appeal, da war es schon. Okay, aber wenn wir das als Routine nehmen, aber jetzt bei der Bedingung Frage, hast du auch rumexperimentiert in Bezug auf die Pick Week? Logisch. Ja, krass, siehst du? Geil, schlau, schlau. Ich habe ganz viele Sachen ausprobiert. Ich habe mir gedacht, okay, pass mal auf, was ist, wenn ich mehr Apfeltaschen esse? Nein, du nimmst Superdroll dazu. Ja, dann denkst du so, ah, okay, das macht mich irgendwie trockener, was bei sich und so. Dann andere Leute, alle sagen doch immer, oh, Hallo Testin musst du unbedingt am Schluss nehmen, das macht extra hart. Hallo Testin. Was hast du gemacht? Null Unterschied. Dann habe ich mir gedacht, okay, pass mal auf. Aber war echt? Du war echt. Ja, pass auf. Dann sagen doch immer alle, alle sagen doch immer, ah, man muss Trennen nehmen. Man muss Trennen nehmen, man muss Trennen nehmen, vor dem Wettkampf, muss man. Ich habe meinen ersten Wettkampf, ich habe die Diät durchgezogen, angefangen, ohne Trennen, ohne. Einfach durchgezogen, zack, zack, zack. Du meinst den jetzigen Wettkampf, krass. Ja, genau. Bei den ganzen, pass auf, nein, nein, pass auf. Es war, der erste Wettkampf stand an, ungefähr, was bei sich, acht Wochen vor habe ich angefangen, die Diät zu machen, wo man halt, 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 wo man halt alle mal Trennen reinnehmen. Und dann dachte ich mir, wenn ich zehn Dinger hintereinander mache und das geht jetzt hier von Juni, das geht jetzt von Juni bis Dezember, da kann ich nicht Trembolon durchnehmen. Wir saßen hier, wir haben gesagt, warte mal, wenn der so viele Wettkämpfe macht, wie hält seine Organe das aus? Weil wir sind in unserem Kopf ja drin, ja alles ist drin. Alles ist drin. Dann habe ich Diät durchgezogen, habe die ganz normalen, also die, ich sag mal, die milden Sachen genommen, halt Primobolanum Testo, ja, und dann denkst du dir, dann sag ich mir, boah, ich bin eigentlich, bin ich hart. Sieht genau aus wie immer. Sieht genau aus wie immer. Da hast du aber schon, was wir vorhin noch hatten, das Thema des Fundament einfach schon zu krass. Ja, aber ich sehe, ich war jetzt nur hart wegen der Diät. Dann habe ich den ersten Wettkampf gemacht, gut abgeschnitten, dachte mir, hm, nehme ich jetzt Trembolon rein? Nee, das dauert immer noch zu lange, bis da, dann dachte ich mir, okay, ich mache ein bisschen Winstrol. Bei ein bisschen Winstrol hat man dann schon einen Unterschied. Flüssig oder Taps? In Öl gelöst. Ah, okay, krass. Weil das macht keine Entzündung. Ja, macht keine Entzündung, sonst ist auch Wasser, ja. Dann hatte ich, okay, beim nächsten Wettkampf sah es ein bisschen, alles so ein bisschen plastischer, härter aus. Klingt doch was. Ja, ja, pass auf. Aber immer noch kein Trembolon, ja. Und dann dachte ich mir so, eigentlich, haben mir alle immer gesagt, also haben deine Leute gesagt, es ist scheißegal, was du machst. Nee, Roman, du bist der härteste von allen. Dann dachte ich mir, ja, okay, ich bin der härteste von allen. Ich habe auch die Bilder angeschaut, ich war immer der härteste von allen bei den letzten zwei Wettkämpfen. Warum soll ich jetzt noch Trennen mit reinnehmen? Ja, da habe ich die ganze Saison bis zum Schluss ohne Trembolon gemacht. Junge, was für ein Miet, Junge. Das muss ich mal reinziehen. Das ist ja geistig. Und ich hatte nie irgendwelche komischen Schlafprobleme, was bei sich, was du alles von Trembolon bekommst, ja. Immer easy. Ich habe dann schon ein bisschen rumprobiert, so, okay, was ist, wenn ich jetzt die letzten zwei Wochen super drohle oder sowas, ja. Da konnte man da so ein bisschen Unterschied merken, nochmal, weil ich habe dann Vince Troll weggelassen. Da dachte mir, okay, jetzt lasse ich Vince Troll weg, ja. Dann probiere ich das aus. Und dann lasse ich das wieder weg und probiere das und das aus, ja. Und es sah immer ein bisschen entweder minimal anders aus oder hat halt keinen Unterschied gemacht, ja. Zum Beispiel Halotestin, das habe ich genommen und da bist du die ganze Zeit so immer so. Ja, ja, du willst die Geräte ficken. Auf Anschlag. Du nimmst diese Tablette, ja, und merkst ein paar Stunden später schon so. Und du hast diese Grundspannung und das hat irgendwann in der Diät, wenn du eh schon nicht so gut drauf bist, weil du hast Druck vom Wettkampf und alles Mögliche, da brauchst du nicht noch irgendein Medikament, was dich noch mehr stresst, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und dann dachte ich mir so, okay, ich nehme nur die Sachen, die mir was bringen, von denen ich absolut mental nichts merke. Die habe ich ja jetzt alle sozusagen für mich erforscht. Entdeckt, ja. Und den anderen Scheiß, den kann ich alles weglassen, weil offensichtlich hängt die Härte nur damit zusammen, wie die Diät gestaltet ist. Guck mal, wie krass das ist. Und ich habe da zehn Dinger gehabt zum Ausprobieren. Aber guck mal, hätte dir das einen Coach so sagen können? Nee. Weil die meisten Coaches, zumindest die, die ich kenne, die haben ihren Plan, die sagen, pass mal auf, Testo, Trenn, Masteron, Winstrol-Tabletten, Provision, T3, T4, Provision auch gut, Proviron, zwei Wochen vor dem Wettkampf, Halo Testin und so. Da dachte ich mir, warum muss ich überhaupt sechs verschiedene Sachen nehmen? Ich habe die ganze Zeit zwei Grunddinger drin gehabt und dann eine dritte Sache ergänzt. Und die dritte Sache hat sich einfach immer geändert und da habe ich dann halt rumexperimentiert. Jetzt weiß ich, ich brauche nicht sechs verschiedene Sachen. Aber wenn du es auf die Gesundheit beziehst, ist es was Gutes. Eigentlich was Positives. Das heißt, ich sage dir wirklich, in der Phase, wo du da deine Wettkämpfe gemacht hast, wir haben telefoniert, wir haben Angst gehabt. Ja, wirklich. Ich habe Angst um dich gehabt. Er wird sterben jetzt. Er macht weiter. Er macht noch einen Wettkampf. Er macht noch einen Wettkampf. Er wird bald sterben. Er ruft mich an. Ich sage, ey, er wird es schaffen. Nein, er stirbt. Ich sage, Bruder, du redest nicht so. Ich sage, ja, weil, guck mal. Ja, klar, weil du die Liste im Kopf hast. Ja, weil man hat die Liste im Kopf und jetzt kommt der Ding. Stell dir mal vor, er geht ins Internet und sagt, ja, Leute, wisst ihr was? Ich habe keinen Trend genommen. Jeder hält mir für behindert, wenn er das sagt. Hat auch jeder gesagt, wenn ich mit so anderen, ich sage ja, wenn ich mit so anderen Profis rede, dann sagen die so, ja, ja. Die glauben ja so. Genau. Dann sage ich so, doch. Ich habe das und das und das genommen. Warum soll ich jetzt nicht, wenn ich alles die Wahrheit sage, warum soll ich dann bei dem lügen? Ich glaube, die anderen sind da zu festgefahren, von den Coaches. Ja. Gibt es generell jemanden, der dir reinredet, wenn es darum geht, was du in den Interviews sagen darfst oder nicht? Sagt Sponsor, ey, bitte lass mal halten an den Ball flach. Ähm, nee. Die nicht? Nein. Du könntest jetzt hier einfach sagen, meine Liste ist so. Machen die Leute beim Olympia Stress, wenn du darüber gibst? Nein, mittlerweile ist das Thema sehr sehr. Jack Hatler hat schon geredet. Nach 20 Jahren hat er dich eigentlich getraut. Ja. Also da sagt überhaupt niemand mehr was. Okay, kannst du dir eine Liste sagen, was du nimmst? Willst du, darfst du oder sagst du Scheiß drauf? Hat der ja quasi schon. Hat der ja Onram, der mit Onram Kontakt hat. Onram hat der ja gesehen. Ach, sorry, Onram. Mein Problem. Also es kam schon raus von Onram, ha, Bruder. Dein Onram ist ein bisschen real, Alter. Onram hatte Primo, Testo, HGH, Insu. Und zweite Cycle, irgendwas wurde erweitert. Hat er nur die Einheiten erhöht? Der hat nur die Menge. Wie viel Einheiten hat Onram genommen? 16. Echtes oder China? Ja. Ja, ja, ja. Es ist schon drin, was draufsteht. Aber 16 ist noch human. Ja. Es gibt ja synthetische und humane, also die aus dem, was Heiko mir gesagt hat. Ja, aber es gibt es heute. Ja, es gibt es heute. Ja, so. Aber findest du 16 ist nicht, ist human? Theoretisch schon, für die Dosierung, die man kennt. Manchmal. Du musst, das Ding ist ja, das ist wie ein bisschen beim Training. Ja? Und beim Essen. Du gehst immer progressiv vor. Weißt du schon? Richtig. Das heißt, du fängst, wenn du jetzt isst, sagen wir, du beendest eine Diät. Das war ja bei mir nach der Operation. Ja? Du kommst aus dem Krankenhaus raus und dann hast du halt gegessen, was es im Krankenhaus gab, ja? Dann machst du nicht sofort 8.000 Kalorien am nächsten Tag. Step by step. Step by step. Du erhöhst es schrittweise. So wie beim Training. Wenn jetzt jemand anfängt zu trainieren, drückt der vielleicht 50 Kilo auf der Bank. Du sagst nicht, hey, mach mal 180 drauf. Das baut viel mehr Muskeln auf. Weil das bringt es nicht, ja? Das hast du auch schon mal in deinen eigenen Videos gesagt, dass du auch sagst, irgendwann ist doch mal Schluss. Es kann nicht immer Progression geben. Ja, genau. Wenn du immer merkst, okay, damit fahre ich gut. Es geht ja dann um die Routine oder um die Beständigkeit, was passiert im Leben oder im Training so. Brauchst du jetzt nicht dann, wenn du als 16 nimmst, boah, mit 25 Einheiten wäre nochmal besser gewesen, sondern irgendwann ist es nochmal gut, sagst du, ne? Genau, das Ding ist, du kannst nur eine bestimmte Menge an Muskelmasse, ich sag mal, pro Tag aufbauen. Das habe ich gesehen damals, ich weiß noch, er hat richtig gerechnet. Ja, nein, nein, das können wir nochmal machen. Pass auf, du hast 365 Tage im Jahr. Wenn du jetzt in einem Jahr 10 Kilo Muskeln aufbaust, was schon gewaltig ist. Viel von Qualität, ne? Genau, 10 Kilo Muskeln. Geht mal in den Laden, in Lidl, was weiß ich, kauft euch 10 von diesen 1 Kilo Putenbrust-Dingern und legt die vor dir auf den Tisch. Das ist Muskelfleisch, pur. Und jetzt stell dir vor, das ist so ein Fleischbär. Wenn du so viel im Jahr aufbaust, 10 Kilo, dann siehst du aus wie ein anderer Mensch. Jetzt teile 10.000 geteilt durch 365. Was weiß ich, was da rauskommt. Ja, 3,2 Kilo. Irgendwas mit 30. Irgendwas mit 30. Merkst du, da kommen richtig viele Esel. Alles so, äh. Ja, das sind kleine Zahn, deswegen. Wenn du am Tag, am Tag 30 Gramm Muskeln aufbaust, dann ist das schon utopisch. Und diese Menge, das ist halt dann das Maximum. Wenn du jetzt 100 Einheiten Wachs und 10 Gramm Testo und was weiß ich nimmst, du kannst nur eine bestimmte Menge Muskeln am Tag aufbauen. Was der Körper überhaupt ertragen könnte. Das heißt, also, das heißt, wäre die schlussfolgende Aussage, mehr Stoff am Ende lässt der Körper, also mehr Dosierung ist mehr Gift für den Körper, also es würde nichts bringen. Ab einem gewissen Punkt, ja, ist wie bei jedem Medikament, wird das Medikament zum Gift. Genau, ja, wenn du Kopfweh hast und du nimmst zwei Aspirin, dann geht dein Kopfweh weg, alles ist in Ordnung. Wenn du Kopfweh hast und du nimmst eine Aspirin, hast du vielleicht noch ein bisschen Kopfweh, ja. Wenn du Kopfweh hast und du nimmst eine ganze Schachtel Aspirin, brennt sich das Aspirin durch deine Magenwand und du stirbst. Ja, dann gehst du drauf. So, ganz normal, ja. Und so ist es auch bei Stoff halt. Du nimmst so viel wie möglich, ja, für den maximalen Erfolg, ja. Was du mehr nimmst, resultiert in Nebenwirkungen, die, wenn überhaupt, dann wieder kontraproduktiv sind. Was würdest du sagen, was, Beispiel, rein theoretische Frage, wenn der Körper, würde Onra 50 Einheiten wachsen, wenn der Körper es zulassen würde, ins Positive? Ich glaube, bei der Menge dann nicht mehr. Und irgendwann kommt ja auch wieder das ins Spiel, du hast was genommen, dein Körper hat sich dran gewöhnt, nimmst du es jetzt nur noch, weil er sich dran gewöhnt hat. Genau. Das wird ja dann so irre. Deswegen finde ich das Geilste an dem ganzen Talk heute ist eigentlich, dass er erzählt, Alter, ey, pass mal auf, ich war Mr. Olympia-Qualifikation. Ich hab was weggemacht. Ich hab was weggemacht. Ich hab was weggemacht. Scheiß drauf, das hat keinen Sinn gehabt. Beste. Aber bist du der Meinung, das funktioniert bei jedem oder das ist auch individuell wieder? Das funktioniert bei jedem. Man muss aber, das hat, aber das... Aber man muss das testen können. Guck mal, er war zehn Wettkämpfe. Pack erst mal einen hin. Also dazu komm ich gleich. Das musst du auch erst mal mental stemmen, ne? Ja. Boah, man, am Ende dachte ich mir wirklich... Ich sag dir, die letzten drei Wettkämpfe. Dachst du jetzt, baller ich dran. Ich war echt, hab ich mir echt mal gedacht dazu, gell? Ja, glaub ich. Die letzten... Klar, ich renne da rum durch die Welt, Dings, alles geil, hin und her. Ich hätte, glaub, nach dem Zweiten gesagt, ey, Schatz, sei mir nicht böse, aber... Du musst jetzt mal ausziehen, ich brauch ein paar Wochen für mich. Die letzten drei, die letzten drei dachte ich mir dann so... Oh, ich bin echt froh, dass es jetzt dann vorbei ist. Weißt du schon? Vor allem, wenn du dann so nach Tokio fliegst. Digga, erstens hat Tokio geflogen. Schon wenn wir auf Trennen auf nach Tokio. Ja. Er hat mir vorhin erzählt, das ist klein und so, Alter, ich wollte da laufen, das ist klein, Bruder. Schon wenn du auf Trennen, Alter. Bozilla. Weißt du schon, wenn du nach... Und in der Diät und sowas, wenn du Druck hast vom Wettkampf, regt dich sowieso alles auf. Aber dann hat er da Leute in die Luft geschlüsselt. Ja, und dann nach Prag und dann in Florida und davor in Frankreich und davor in Spanien. Dreimal hintereinander war ich ja in Spanien. Aber was macht das mental? Also hat das wirklich Struggle gehabt? Ja, das macht dich so irgendwie... Du wirst halt müde davon. Es ist so, du bist jede Woche woanders Airbnb, das Buch, dann funktioniert irgendwas nicht. Weißt schon, immer so... Material mitnehmen. Das ist auch... Das ist auch immer ein bisschen komisch. Dann funktioniert irgendwas nicht mit einem Einchecken im Airbnb. Irgendjemand verkackt irgendwas. Weißt schon, und Fitness... Pass mal auf, das war immer so. Egal wo wir waren, ich glaube an drei oder vier Wettkämpfen, war gerade in dem Moment, an dem Wochenende, irgendein Drecks Nationalfeiertag, wo alles geschlossen war. Wo Fitnessstudio nicht auf waren, alles mögliche. Oder es war irgendeine... Irgendwas, was halt so die Routine unterbricht. Weißt schon... Auch da, an dem Wochenende in Prag, war gerade irgendein so ein Freiheitstag. Fitnessstudio hat zu. Ja, Hammer! Genau an diesem scheiß Wochenende. Dann sind wir in Portugal. Ja, sind wir in Portugal. Auch irgendein so scheiß Drecksfeiertag. Alles zu. Da mussten wir suchen. Jetzt finden wir irgendwo, in irgendwo ein Studio, was offen hat und dann auch nur so limitiert, so von 12 Uhr mittags bis 16 Uhr nachmittags. Und so, immer genau dann, wenn wir da sind, ist sowas. Und dann bist du eh schon vom Wettkampf so ein bisschen unter Stress und alles. Dann denkst du, fuck, diese Penner hier. Also, weißt du, guck mal, er regt sich auf, dass Fitnessstudio zu hat. Klar, warum machen die auch den Termin dann da, wenn die wissen, die Fitnessstudio sind zu. Hat auch Wettkampf. Die wissen auch, die Athleten bereiten sich vor. Ja. Behindert. Wenn ich mir, in Prag, hab ich mir gedacht so, wirklich, warum macht man diesen Wettkampf am tschechischen Nationalfeiertag? Ja. Hätte man das nicht eine Woche später machen können? Ja. Würdest du, also würdest du wieder die Anzahl am Wettkämpfen machen? Ja. Das waren es zehn Stück. Was hat der ganze Spaß gekostet? Ja, was hat der ganze Spaß gekostet? Also ich habe ja erst mal von Big Zone, kriege ich immer so ein bisschen finanzielle Unterstützung für jeden Wettkampf. Weil das ist ja teuer. Das ist krass teuer. Ja. Und dann zahlt man halt den Rest selber. Mehr oder weniger. Das ist nicht viel. Äh, das ist ja viel. Ja. Und du weißt, wie viel Siegprämie du bekommst? Warte, ich will das fragen, bist du am Ende mit Plus raus oder mit Minus? Ich würde sagen, mehr oder weniger. Also eigentlich schon Plus. Aber wenn wir Essen und Material mit reinrechnen? Ja, aber das musst du ja auch nehmen, wenn du nicht da bist. Ja, stimmt. Du isst ja auch, wenn du nicht unterwegs bist. Du weißt, was ich meine. Ja. Was hast du jetzt alles an Verletzungen hinter dir? Boah, Mann. Die bei den Hüften? Hattest du auch Karpaltunnel? Ja. Hast du mir damals gesagt, ne? Karpaltunnel habe ich operiert. Das ist ja keine richtige Verletzung. Ich meine, meine Mutter hat auch bei der Karpaltunnel operiert. Ja. Aber die haben, wollte ich gerade sagen, die hatten noch nie sowas in der Hand gehabt. Dann halt Hüftprothese. Wie gesagt, die zwei. Und dann ein Haufen so. Gynum? Ja. Bauchnabelbruch, Leistenbruch. Hast du Bauchnabelbruch? Ja. Aber ist da ein Netz drin? Ja. Und trotzdem war das denn? Oh, ich habe das operieren lassen in 2011. Auch schon. Ja. Mit Netz. Das war gut. Leistenbruch auch. Beide gleichzeitig. Operieren lassen. Dann, also so kleine Sachen. Wenn du mal irgendwie so. Elbogen und so. Ja, genau. TB550 rein und Abfahrt. Aber kein Abriss. Vielleicht nur so kleine Anrisse. Bisschen Latt. Gibt es irgendeinen Konkurrenten in Deutschland für ihn? Jetzt gerade? Gibt es einen, der reinscheißen könnte? Die sind alle ziemlich gut. Also ich sage dir ehrlich, ich finde Emir, Mike Zissler ist auch massiv. Unterschätzt nicht. Ja. Dann haben wir einen Jüngeren, der Justin sieht auch nicht schlecht aus, aber der ist noch kein Profi. Der ist noch kein Profi. Cool. Aber das Ding ist, die Profis, die jetzt so, das Ding, du musst halt gucken, zum Beispiel in Emir ist auch nicht hässlich, er ist auch schön, er kann auch hart kommen. So, da ein bisschen Fleisch drauf, aber so, dass du, das muss auch ein bisschen ins Ästhetische passen, finde ich. Also zum Beispiel, darfst du das schätzen, so wie er gesagt hat, Nick Walker wird immer ästhetischer. Ein Samson Dauder für seine Körpergröße, für seine Masse ist auch ästhetisch. Der Glanzfot zieht einfach mal ein Vakuum auf der Bühne. Auch ein X-Tape, ein V-Tape, alles. Also einfach Klotz sein und sich da hinstellen, das funktioniert heute auch nicht mehr richtig. Es gibt, pass auf, du musst immer mit den Karten spielen, die du hast. Ja, zum Beispiel, bestes Beispiel, Dexter Jackson, Markus Rühl. Markus Rühl hat einfach alles das, was er zur Verfügung hatte, von Gott gegeben sozusagen, hat einfach sich gedacht, okay, ich maximiere einfach das. Meine Talie ist breit, ja, ich bin nicht der Schönste, ich mache mich einfach so brutal, wie es geht, zack, ja. Dexter Jackson hat sich gedacht, hm, ich bin eher so filigran gebaut, weißt du schon, meine Talie ist schmal und so. Ich versuche nicht, mit Gewalt so massiv wie möglich zu werden, weil es bloß bedeuten würde, dass meine Talie am Schluss zu breit ist und meine schöne Linie kaputt geht. Ich maximiere mein Spiel, ja. Ich mache mich, ich füge an den richtigen Stellen Muskeln hinzu, schaue, dass meine Talie schmal bleibt, komme immer hart und der, das ist die Schiene gefahren und war damit erfolgreich. Wenn jetzt Markus Rühl versucht hätte, auf Dexter Jackson zu machen und irgendwie schön zu posen und schlanke Talie und was weiß ich, dann hätten alle gesagt, ja, was ist das? Weißt du schon? Und hätte auch beschissen ausgesehen. Stell dir mal vor, Jake Hattler macht auf Urs, ja, damals. Dann hätten alle gesagt, ja, und stell dir vor, jemand, der so halt so filigran gebaut ist, wie jetzt Dexter Jackson oder Flex Wheeler, ja, denkt sich, er macht auf Monster, dann wird das nichts, ja, weil der hat nicht die Körperstruktur dafür und auch nicht den Rahmen, ja, und da wird nichts draus aus, ich bin jetzt ein Massemonster. Würdest du was ändern wollen an deinem Körper, wenn du die Wahl hättest? Ja, was denn? 100.000 Sachen. Was? Guck mal, wie krass. Das ist so krass. Das ist eine krass Frage. Das Einzige, was ich als Laie mir so immer denke, boah, das würde ich mir wünschen, dass es jetzt ganz schnell auf Knopfdruck geht, ist immer, er hat halt die Talie, bei Beinen habe ich keine Ahnung. Beine sind stark. Beine sind stark, ne? Also deswegen, da, aber nur Arme. Arme, auf jeden Fall, aber die Schritte wie so ein Schwanz, das wäre auch das Erste, was ich gedacht hätte. Rückendichte? Arme und Rücken. Okay, Rücken seid ihr die Experten. Obwohl, aber Rücken mittlerweile die Backdouble mit der Härte sieht auch gut aus, abgezogen am Arsch mit den Hemmi, das hast du gut hinbekommen. Stell dir vor, ich hätte so einen Latt wie Kai Green, der so unten aus dem Arsch rauskommt, was schon so richtig so, oder besser, übernehmen mal einen Weißen. Dann hätte ich so einen Latt wie Derek Lansford, was schon so richtig... Er meint den Ansatz ganz tief und so okkulüten. Ja, aber trotzdem haben die nicht bei dir, du hast halt diese Talie, du hast halt dieses krasse, das ist so... Also bist du unzufrieden? Ja. Darf es ja nicht sein. Ja, aber guck mal, ey, du sitzt jetzt hier, wir haben ja... 14.000er Welt. 14.000er Welt, du siehst, er ist aber unzufrieden. Da siehst du mal, wie krank Bodybuilding ist. Bodybuilding ist total krank. Ich meine, wird alle immer sagen, oh ja, ich sag dir eins, es gibt niemanden, ich glaube im gesamten Profisport und ich meine in allen Profisportarten, der sich denkt, also der gut ist und der weiterkommt. ja, niemanden eigentlich, niemanden, der irgendwo erfolgreich ist, der denkt, oh, ich bin so toll, alles ist super, ich will kein... Also ich brauche mich nicht verbessern. Wenn du an dem Punkt bist, dann ist deine Karriere vorbei. Aber gibt es so Tage, wo du morgens aufgehst und sagst, na ne, heute gucke ich nicht in den Spiegel, ich finde mich nicht gut? Jeden Tag. Ich sag dir, ich sag dir, es ist fast immer so, also jeden, boah, pass auf, wenn ich dusche, ja? Du siehst im Spiegel immer so. Boah, nee, oh, schwach. Und wenn ich dusche, ich gehe extra so am Abend in die, also ich dusche zweimal am Tag, nur das wisst, ja, aber ich gehe extra so ins Bad, dass ich, da gucke ich nicht in den Spiegel und ich kann mich erst im Bad frei bewegen, wenn der Spiegel beschlagen ist, gell? Ja, dann siehst du dich nicht. Und abends, wenn das Fenster so ist wie jetzt und dann spiegelt man sich ja im Fenster, gell, dann bevor ich mich ausziehe im Bad, ja, mache ich die Jalousie runter, dass ich mich nicht im Fenster spiegle, dass ich, dass ich, dass ich mich... Guck mal, wie krass. Ja, weil das ist ja auch die ganze Zeit immer dieses, er muss ja, also das, psychologisch gesehen ist ja auch immer alles, sich selber kontrollieren die ganze Zeit, weil er guckt ja nicht in den Spiegel und sagt, da bin ich, sondern er checkt gleich ab, es ist ja immer dieses, immer dieser Zwang, sich zu kontrollieren. Aber den Weg musst du gucken, die jeden musst du gucken. Ja, aber dann gucke ich einmal am Tag und immer zur gleichen Tageszeit. Morgens, ne, wenn du das Video aufnimmst, ne, oder? Dieses Posing-Video. Ja. Das ist immer die gleiche Tageszeit. Aber schlau, dann hast du abgehakt danach, sagst, komm, reicht jetzt hier und dann kannst du nicht auf was anderes konzentrieren. Weil vor allem, es gibt auch so, bei uns sind die Unterschiede von abends zu morgens manchmal, manchmal vier, fünf Kilo und dann hast du abends Wasser drin und kurz vorm Wettkampf und denkst dir, oh, jetzt ist meine Form scheiße. Was das alles in deinem Kopf macht, ja, ist total, da wirst du, da wirst du blöd, wenn du ständig in, ich sehe auch die Leute, die wiegen sich ein paar Mal am Tag, ja, da denke ich mir, oh, ich wiege mich zur gleichen Tageszeit unter den gleichen Umständen und ich gucke mich an, zur gleichen Tageszeit unter den gleichen Umständen einmal am Tag und nicht jedes Mal, wenn ich an einem Spiegel vorbeigehe, weil da wirst du geisteskrank. Da wirst du nur noch, wie du sagst, man guckt nicht einfach in den Spiegel so nebenbei, sondern man schaut immer, Talie, wie sind die Striche, weißt du schon, ja, und dann siehst du einmal so einen Unterschied, dann denkst du dir, oh, oh, oder, oh, viel besser, ja, und da wirst du, da wirst du einfach, das heißt, der mentale Aspekt muss perfekt auch eingestellt sein auf dem Level. Überleg mal, wir reden von 14 in der Welt und er sagt, er gucke beim Duschen nicht in den Spiegel, wie paradox der Sport ist. Aber ich gucke in den Spiegel halt beim Training, ja, und ich gucke mich gesamt an im Spiegel, wenn halt, wenn es halt Zeit ist. Was nochmal, weil ich habe mich so ganz im Überblick, aber was war so in den letzten Jahren in deinem Leben, abseits jetzt von den Verletzungen und vielleicht auch privater Sachen, weiß ich ja nicht, Frau, Familie, keine Ahnung und so, was war für dich das größte Tief, was war für dich der größte Moment, wo du gesagt hast, ich bin am Ende? Ja, auf jeden Fall, da, das war so, es ging so ein bisschen, es hat sich so ein bisschen angesteigert, also gesteigert. Erst war das ja so mit meiner Hüfte, da dachte ich, ich habe mir hier was gezerrt, ich habe eine Zerrung hier vorne, ja, scheiße, ich habe meinen Hüftbeuge gezerrt, tut ein bisschen weh, dann war ich, ging aber nicht weg die ganze Zeit, ja, scheiße, geht überhaupt nicht mehr weg. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, da hat mein Orthopäde, der hat dann gesagt, komm, wir machen jetzt mal ein MRT, weil es kann nicht sein, das ist nicht bloß eine Zerrung, ja. Habe ich MRT gemacht und dann kam raus, Arthrose, fünften Grades, das ist so das Schlimmste, was es gibt, das ist so richtig, das ist Knochen auf Knochen, ja, kein Knorpel mehr in dem Hüftgelenk drin, ähm, Labrumläsion, also alles scheiße, ja. Und dann sagen die zu mir so bei der Radiologie, wie können sie überhaupt gehen? Ich so, keine Ahnung, gell? Und dann dachte ich mir so, ah komm, Arthrose, ich habe da gar nichts, das tut ein bisschen weh, das geht schon wieder weg. Und bis das bei mir dann so zwei Monate später, hat das dann klick gemacht. Dann dachte ich mir so, fuck man, das wird immer schlimmer, habe ich mir nochmal diesen MRT-Befund rausgeholt, ist ja alles im Arsch, wirklich. Weil erst hörst du das so, dann denkst du, ja, ja, Arzt, Arzt sagt immer, mach, mach, trainieren nicht mehr. Für normale Menschen. Und dann habe ich gecheckt, boah, fuck. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgehört, dann recherchierst du erst mal, kennst dich halt null aus mit Hüfte, so wie ich da am Anfang, gell? Und dann dachte ich mir so, Alter, ich brauche eine Hüftprothese. Und dann denkst du dir so, Hüftprothese? Und dann ist es vorbei. Vorbei. Dachtest du das aber auch? Natürlich. Natürlich dachte ich es vorbei. Und dann denkst du dir so, okay, Mann, alles, was ich bin, alles, was ich habe, ist Bodybuilding. Ich habe nichts anderes. Das ist meine ganze Identität. Und jetzt sagen die von mir von heute auf morgen, okay, du kriegst jetzt eine Prothese und dann musst draufhören. Okay. In diesem Stadium habe ich dann gelebt von ungefähr März des, von 2021 bis so Dezember, bis genau bis März bis November habe ich dann in diesem, meine Karriere ist vorbei, Stadium gelebt. Ich habe immer noch trainiert, zweimal am Tag und so, aber halt so krasse Schmerzen gehabt. Ich habe wirklich sechs Monate lang. Hast du eine Schmerz Filme noch vor Training? Doch, bestimmt. Nee, weil ich immer dachte, da bin ich zu stolz dafür. Ich habe mir manchmal, ich habe mir reinspritzen lassen ab und zu, Cortison. Aber trocknet aus dann wiederum, oder nicht? Ja, Knochen auf Knochen ist wurscht, ob das austrocknet. Hauptsache es tut nicht weh. Auf jeden Fall, ich habe immer noch zweimal am Tag trainiert. Aber das Einzige, was ich gemacht habe, sechs Monate lang, weil ich nicht Bodybuilding loslassen wollte, war Training und dann wieder auf die Couch oder ins Bett legen. Ich habe nicht das Haus verlassen. Meine Frau oder meine Mutter sind zum Einkaufen gegangen. Ja, ich habe immer nur trainiert und dann wieder mich hingelegt. Und Depression fast so mäßig. Ja, nein, 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 nicht so richtig. Doch, ja, doch schon. Aber mit Training kompensiert. Ja, genau. Als Druckventil. Ja. Und halt auch nicht losgelassen. Du hast wenigstens gemacht und dann konntest du dir in deinem Kopf sagen. Es hat mich immer so, ich hatte immer so diese zwei Trainings am Tag, die mich so hochgezogen haben. Und dann war ich wieder dazwischen. Das hat mir so richtig wie so zwei Schüsse gegeben jeden Tag. Ja. Okay. Und dann irgendwann habe ich gesagt, Mann, so kann es nicht weitergehen. Es wird immer schlimmer. Ich habe immer mehr. Irgendwann konnte ich halt auch beim Training gar nicht mehr gehen und alles. Ja, also ich bin da so. Weil das durch Training der Verschleiß größer wird. Wirklich so von Maschinen, eigentlich vom Leben. Ich habe mich wirklich so von Maschine zu Maschine gehangelt, um irgendwie keine, um keine Belastung auf dieses Gelenk zu legen. Ja. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay, Mann, ich muss mich jetzt operieren lassen. Dann so ein bisschen durch Connection habe ich diesen Chirurg gefunden. Der hat gesagt, okay, in vier Wochen operiere ich dich. Der war gut, oder? Ja. Dann wurde ich operiert und dann habe ich mir gedacht, da war natürlich die Ansage, danach ist es vorbei mit Training. Dann dachte ich mir so, ja, werdet ihr schon sehen. Ich mache erst mal. Operiere erst mal. War das da, wo du gestorben bist? Aber war das da, wo du bist? Ja, nein, das war die zweite OP. Operiere erst mal, dachte ich mir, dann sehen wir mal weiter. Ja. Was ich dann mache, weiß ich jetzt noch nicht. Ich kriege schon irgendwas hin. Auf jeden Fall ist es besser als die Schmerzen, die ich jetzt habe. Ja. So. Dann, da habe ich mich schon richtig scheiße gefühlt. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich kann trainieren. Es ist richtig, es ist besser als vorher jetzt. Ja. Und dann ungefähr acht Wochen nach dieser OP hat sich dann herausgestellt, ich habe eine fette Infektion im Gelenk. Stimmt. Wir müssen das Ding nochmal austauschen und von ganz vorne anfangen. Weißt du schon? Wir müssen das Ding, ich war schon wieder so richtig, ja man, ich habe es allen gezeigt. Aber wie haben die das gemerkt, wenn du keine Schmerzen hattest? Die Infektion? Die hast du gemerkt. Boah, Mann. Ich sag's dir. Das war auf einmal so angeschwollen, so richtig. Boah, krass. Das war heiß. Da konnte man wirklich mit der Spritze so komische Flüssigkeit rausziehen. Ja. Da hat er gesagt, okay, wir müssen das austauschen und dann ein neues reinmachen. Und das haben wir dann gemacht. Aber bei der Operation wäre ich fast gestorben. Da gab es so Komplikationen, das heißt maligende Hyperthermie. Ja. Das ist ein anderes Thema. Es dauert ewig lang, das zu erklären. Auf jeden Fall hatte ich dann die zweite Hüft-OP nach diesem Vorfall. Und da habe ich mich dann wieder richtig scheiße gefühlt. Weil da musste ich auch im Krankenhaus bleiben. Da habe ich zwei Wochen lang intravenös Antibiotika bekommen. Die Krankenschwester hat doch gesagt, sie sind gestorben oder so. Ja, ja, genau. War ich auch. Fünf Tage, also fünfmal am Tag habe ich Infusionen bekommen mit Antibiotika. Ja. Zwei Wochen lang lag ich im Krankenhaus, in Corona, alleine, ohne Besuch und alles Mögliche. In so einem Einzelzimmer. Da denkst du, das ist schlimmer als Knast. Weil du kannst ja nicht mal gehen. Ja. Du liegst im Bett zwei Wochen. Das war der tiefste Tiefpunkt überhaupt jemals in meinem Leben. Und danach ging es wieder aufwärts. Und dann war halt die ernste Geschichte so mit den ganzen Wettkämpfen und so. Also ich habe mich da von ganz ganz unten. Alter, auch das Beste, was du in deinem Leben hattest. Überleg mal. War das dein größtes Erfolgserlebnis? Also größtes Erfolgserlebnis? Die Söhnenberg-Quali und so? Ja, und Wettkampf gewinnen. Und vor allem das Erfolgserlebnis war halt, dass ich sage, ich brauche eine Hüft-OP. Haha, Karriere vorbei. Dann schaffe ich es, dass ich wieder aufbaue und die Leute sehen, oh, das geht ja wieder. Und dann brauche ich noch eine Hüft-OP. Haha, Karriere vorbei. Ich habe es gesagt. Haha. Dann sterbe ich und komme wieder. Haha, fast gestorben und so. Jetzt aber wirklich vorbei. Dann komme ich wieder. Ja. Dann habe ich, und alle sehen, oh, fuck, der sieht wieder endgut aus. Halten erst mal die Fresse. Dann kommt der eine Wettkampf, wo ich nicht so gut war. Haha, ich habe es dir ja gesagt. Ich habe es euch ja gesagt. Also der reißt doch nichts mehr. Aber Material-Scheiße, glaube ich. Mhm. Dann werde ich besser, kämpfe mich wieder hoch. Erstmal sagen alle nichts. Ja. Und dann kommt es mit dem, ja, aber der war jetzt ganz gut, danke. Der war jetzt ganz gut, aber gewinnt nie einen Wettkampf. Dann gewinne ich einen Wettkampf, haben wir vorher schon gesagt. Ja, okay, aber beim Mr. Olympia ist er dann scheiße. Dann bin ich beim Mr. Olympia ziemlich gut. Selbst wenn er Mr. Olympia gewinnen würde, würden die sagen, die Wettkämpfer waren nicht gut. Dann würde ich sagen, ah, da war niemand dabei, der wohl gut war. Was ist so das Hauptziel deiner Bad Abadding-Karriere? Also wir machen einmal realistisch, was du wirklich erreichen wollen würdest, wo du das siehst, und einmal so ein Wunschziel. Mein Wunschziel, seitdem ich angefangen habe, war halt immer einer von den Besten auf der Welt zu sein. Also war ich schon so richtig... Das hast du aber dann erreicht, theoretisch. Ja, aber nein, ich meine so richtig so eins, zwei, so eine Sache wie Ronnie Coleman, Jay Cutler. Als ich angefangen habe, habe ich mir immer sowas vorgestellt, dass du halt wirklich so um den Titel Besten auf der Welt kämpfst. Und jetzt denke ich realistisch, ich meine, wenn du 14. warst, dann ist Top 10 so, was du halt haben willst. Ein bisschen Trend. Ja, ein bisschen. Naja, er hat Trend nicht gemacht, jetzt mit Trend. Ja, aber wenn man jetzt wirklich mal logisch nachdenkt, so 5 Kilo mehr bei der Härte könnte wehtun, ne? Das könnte wehtun, ne? Dies kennen die aber da, ne? Also Judges und so alle, ja, ne? Ja, ja, ja. Sprichst du mit denen? Ja. Was du machen solltest? Also, was die sagen, okay, Roman, guck mal, das war gut, so und so, mach aber das und das, da und da musst du ein bisschen draufpacken. Es ist immer so, die sagen halt, ja, mehr Rücken, mehr Arme. Das ist immer das, was alle sagen. Das ist der größte Kritikpunkt, dass die sagen, mehr Rücken, mehr Arme. Nicht Posing, nicht Attitude, das sagen sie nicht. Doch, Posing habe ich auch schon Kritik bekommen von ein paar Kampfrichtern. Also, und die haben mir dann auch gesagt, ja, mach ein bisschen mehr so und dreh mehr so und du musst, das Ziel ist halt immer, so viel Fläche wie möglich auf der Bühne einzunehmen. Das heißt, wie gesagt, wenn du dich in den seitlichen Posen so richtig ganz flach hinstellst, dann siehst du halt viel dünner aus, als wie du eigentlich bist. Also, dann siehst du halt genauso dünn aus, wie du eigentlich bist. Aber dann drehst du das ein bisschen mehr so, seitlich und so und bla bla bla, dann ist die Illusion halt flächiger, sozusagen, ja? Und da haben mir schon ein paar Kampfrichter richtig gute Tipps gegeben. Und, ja, also, darum geht es auch. Posing, man kann natürlich immer so durch Posing auch viel kaschieren und maximieren. Man verkauft sich dadurch besser. Genau, weil die können halt auch nur bewerten, was sie sehen. Wenn du scheiße post, kannst du so gut sein, wie du willst. Ja, du kannst ja nicht die Muskeln präsentieren, die du hast. Also, wenn ich dir sage, wenn sein Posing perfekt ist und er weiß, wie er die Stärken einsetzen kann und die Schwächen kaschieren kann, kann auch mal zwei, drei Punkte, also dann kann er vorne rutschen, wenn der andere verkackt oder so. Weil einen Vorteil hat er, er kann so hart kommen wie kein anderer. Nur hardy im oberen Busbereich kann so vielleicht hart kommen, aber der Rest, na, kannst du knicken. Oder siehst du das anders? Ja, genau. Was Härte betrifft, ist auf jeden Fall, bin ich einer von den Besten auf der Welt, ja? Masse, an bestimmten Stellen fehlt mir halt noch. Posing, an dem kann man auch noch arbeiten, ja? Aber es ist schon viel besser geworden als... Aber Structure ist auch schön. Also Ziel, definitiv machbar, Top 10. Das ist super, dann das Ding, Alter. Machen wir, pushen wir, müssen wir machen hier. Ich habe gehört, angeplant von pushen nicht, wir pushen. Wir drücken jetzt. Ja, aber selbst da, wer... Wir schieben jetzt. Das ist eine Ansage, wir wollen keine Namen sagen, weil ich habe gehört, die blocken, sperren. Wir schieben ein bisschen jetzt. Aber wir schieben bei Seite. Bist du so im... Also, ist dein Standing dir in Deutschland egal? Nee. Ah, wie soll ich das sagen? Ich denke mir halt schon manchmal, wie oft muss ich es noch... Wie oft muss ich mich noch beweisen, bis mal jemand, bis mal die sagen, oder bis die mal alle stolz auf mich sind. Soll ich dir was sagen, was mir ein sehr erfolgreicher Unternehmer, oder der war erstmal Chefredakteur vom Stern, dann Chefredakteur Bravo, hin und her. Philipp Jessen, weißt du, was der mir gesagt hat? Gerade in Bezug auf Öffentlichkeit, weil das ist halt... Man muss sich ja darüber im Klaren sein, wenn du da jetzt alleine zu Hause bist, oder jetzt auch wir hier in dem Interview, das ist ja nicht die Realität. Aber das weiß ja jeder, aber das bringt dir in dem Augenblick nichts. Manchmal muss man einfach das sagen, man muss das den Leuten vorher sagen, damit die dir das nachplappern. Auch in so einer Sache. Du musst nicht... Und da sind wir nämlich jetzt genau an dem Punkt. Und deswegen hatte ich vorhin gefragt, also ey, pass mal auf, sag mal, welchen Platz, sag mal deine Platzierung. Dann sagt er mir die Platzierung, guck mal, ich bin ein Riesenfan, ich hab's mir nicht so krass verinnerlicht. Und deswegen sag ich ja, manchmal muss man einfach den Leuten sagen, einfach mal zu, Deutschland sowieso Nummer eins. Und Europa, wer ist Europa? Hat er auch gut abgeräumt. Verstehst du? So? Und am Ende die Mega-Ansage sowieso, auf der ganzen Welt, seine Platzierung ist von Besten der Welt. Ihr Schwänze. Wer? Wer? Verstehst du? Deswegen, und manchmal muss man es einfach öfter sagen. Ja, jetzt hier haben wir es gesagt. Haben wir es gesagt. Haben wir so geklickt mit dem Podcast? Hier haben wir es gesagt. Gleich auch bei Instagram um in die Beschreibung. Ja, mach ich. Er auch, Binks, Bums, Platz, so. Bester, Deutscher. Bester, wir machen gleich. Sowieso, sowieso. Das ist sowieso. Und, nee, aber auch für die Zukunft, vielleicht auch dieses, ist so wie so, manchmal so eine selbsterfüllende Prophezeiung oder so ein Dogma einfach auch abhacken. Weil er hat jetzt, er hat's gemacht, er hat's bewiesen so, und jeder, der redet, soll Schnauze halten, Fresse halten, so. Ich hab das bei mir auch immer, in meiner Karriere, hab ich auch immer gemerkt. Leute, du kannst mit Lamborghini kommen, die sagen, ja. Aber ich glaube, er will das einmal hören. Er will das, glaube ich, hören. Was will er hören? Er will diese Anerkennung. Wenn er normal auf der Straße läuft, wird er hören. Wird er jetzt schon hören. Wenn er jetzt normal irgendwo, also, da, also, ich hab, ich hab irgendwann gemerkt, also, also, beziehungsweise, den großen Denkfehler, den ich auch immer gemacht habe, ist, so, warum will ich sowieso von dem die Meinung hören, du schwanzst, hast keine Ahnung. Wenn er denn gesagt, wenn er denn gesagt, von Leuten, die vom Fach sind, das fuckt mich auch in der Hip-Hop-Szene, also, Internet- und Hip-Hop-Szene ist genau wie Internet- und Bodybuilding-Szene. Sowieso, du schwanzst, wer bist du, dass du mich bewertest. Früher, was heißt, es soll nicht immer so Opa-Talk kommen, so, früher, aber es ist, mit früher ist einfach nur gesagt, früher gab's weniger Internet. Das bedeutet, überhaupt, dass jemand an dich herantreten kann und dir seine Meinung sagen kann, ist schon, du Bastard. Früher musstest du Ghetto-Gym gehen, Dorian Yates, in England. Du hast gesagt, das Internet hat das den Leuten ermöglicht, eine große Fresse zu haben. Richtig, richtig. Früher musstest du in den Keller gehen bei Dorian Yates, hast du dich nicht reingetraut, dann musstest du so gehen, ey, Dorian, kann ich mal kurz mit dir reden, komm mal kurz weiter, weißt du, du bist nicht so krass. Hat der keiner gemacht? Oder du musstest Ghost-Gym gehen zu sonstigen und sagen, ey, kann ich mal kurz mit dir reden, ihr ganzen Gangster-Bally-Bilder da, ihr seid alle nicht krass. Hat der keiner gemacht? Das heißt, in dem Augenblick, wo wir, in der Hip-Hop-Szene war's genauso. Ich steh auf dem U-Bahnhof irgendwo, Alter, keine Ahnung was, dann hab ich einen Train gemalt oder hab irgendwas gemacht oder hab ein Lied gemacht, so. Der, also da war ja, was für den Fokus erstens besser war, ich wollte nur, dass Sido mir sagt, ist gut. Ich wollte nur, dass Savas mich bewertet, mir sagt. Wenn Jay Cutler zu dir kommt und dir was sagt, man kann sagen, ah, Kurt Jay hat gesagt. Aber ich hab mich nicht dafür interessiert, was sagt mir irgendein Fan, der meinen Train auf dem U-Bahnhof, was sagt ein normaler Mensch? Das ist aber bei ihm gegeben. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn so ein Ford, ein Broadchat und so ihn analysieren mit Ian, kriegt der auch nochmal viel... Sowieso, da meine ich ja sowieso. Die Leute, auf die es ankommt, die Leute, auf die es ankommt, sagen sowieso, er ist ein Motherfucker. Aber da reden die in einem Podcast, wo richtige Leute sind, die Ahnung haben. Nur die, nur die, nur die, nur die die Ahnung haben. Der Rest, ja. Und dann sagen die, wow, Roman hat ein krasses Sprung gemacht, auf die Posen muss noch ein bisschen optimiert werden, irgendwas war da. Aber selbst da kriegt er die Props. Genau, sowieso, das ist ja klar, das brauche ich, das ist ja jetzt nicht, dass ich jetzt hier was Besonderes sage. Was ich nur sagen will, ist, dieser Zwergaufstand, den brauchst du, der ist nicht reell. Nein, also Internet ausmachen oder beziehungsweise verstehen, dass jeder Mensch, der da kommentiert, der würde erstens im richtigen Leben, wenn er vor dir steht, seinen Mund nicht aufbekommen. Ich habe auch vor lange gebraucht. Ich habe vor lange, und das macht den Test, einer schreibt das nächste Mal unter deinem Foto, du machst eine Pose, einer schreibt, äh, Schwanz, äh, dann schreibt man es zurück, was machen wir nicht so mal. Was meinst du genau? Ab da ist schon vorbei, ab da ist schon vorbei. Also sogar der Bastard, der im Internet kommentiert, wenn du dann im Internet ihn fragst, kannst du mir bitte erklären, was du meinst mit, ich bin nicht gut genug. Es kommt keine Antwort. Ich habe es gemacht bei meinem letzten Video. Wir haben hier mit Paris, äh, mit Chris Marguerite Video gedreht, kommen wieder so, this is, ich habe so, okay, ich habe letztes Mal was gelesen, ich mache es jetzt. Ich schreibe, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, da kommt nicht mal was. Und deswegen würde ich sagen, es muss einfach, man muss, man muss einfach sich selber daran erinnern, das Internet ist einfach kein reeller Ort, Alter. Aber würde es so, würde es so einen Moment geben, wo du, also, bist du der Meinung, dass, sagen wir mal, du hast die Top Ten erreicht, dein Hauptziel? Dass du sagen kannst, okay, ich habe alles erreicht, was ich wollte. Ich kann jetzt den Frieden meine Ballet-Wing-Karriere beenden? Ja, schon. Das heißt, Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Deswegen, sag mal, du knackst, du machst den Wettkampf, du holst die Quali. Du bist nächstes Jahr Top Ten. Würdest du sagen, ich höre auf? Nein. Niemals. Ich habe mir vor, du bist Sechster. Tü, ich bin Sechster, weil er stirbt. Ich gebe mir Tränen. Ich gebe mir Tränen. Aber gibt es so einen Punkt, wo du dir selber gesagt hast, bis hierhin und nicht weiter? Nein, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Alter? Alter auch nicht. Ich glaube, es ist einfach so, irgendwann kommst du an den Punkt, wo du merkst, du wirst schlechter. Kennst du das? Also wenn du so, also ich hoffe, ich hoffe, dass ihr, ja, wenn ich an diesen Punkt komme, wo es dann langsam wieder bergab geht, dass mir irgendjemand sagt, hey, jetzt ist... Ja, auf einmal kommst du nächstes Jahr mit Trendern und Fixmutter, dann sind wir wieder die Idioten. Jetzt ist es vorbei. Ich weißt schon, jetzt geht es langsam bergab. Ich glaube, das Wichtige für dich muss in der Karriere sein, und das merke ich bei mir auch gerade so, wenn man immer nur auf einem Standbein steht und wenn man seine Identität immer nur an einer Sache festmacht, dann ist das eine zusätzliche Belastung und da musst du langsam anfangen. Es hat gar nichts mit diesem zweiten Standbein zu tun, wegen dem finanziellen, sondern es hat einfach auch was damit zu tun, dass... Deshalb habe ich bei Jay Cutler einmal bewundert. Der hat von Anfang an sich gesagt, warum, ich kann auch gleich Business sein. So, weißt du, das ist so dieses, es gab, es gibt immer diese im Sport oder in der Karriere, bei den Rappern sieht man das genauso, oder Musikkarriere, es gibt immer so diese Leute, die dann halt sagen, das ist auch eine Denkweise, die musst du dich auch ablegen. Ja, wenn ich eine Sache die ganze Zeit mache, dann bin ich der Beste da drin. Und das ist genauso wie mit dem Stoff, das heißt nicht, dass aggressives Arbeiten immer das effektive Arbeiten ist. Und ich glaube, irgendwann, dadurch, dass man eine bessere Ruhe bekommt, dass man halt auch sagt, ey, ich gehe jetzt ein bisschen auf Business, zum Beispiel, aber auch zum Beispiel meine Ex rum, mit der ich zwölf Jahre war. Oder jetzt erst nach zwölf Jahren, wir waren zwölf Jahre zusammen, jetzt erst kommen wir an den Punkt, wo wir miteinander reden können und sagen können, jetzt, weil wir nicht mehr auf Druck zusammen sind, also ich will damit sagen, auf das Ängste, was es gibt in der Psyche, in der Liebe oder keine Ahnung, jetzt können wir reden, weißt du was, lass mal Business machen. Sie ruft mich an, ey, wollen wir nicht so machen, wollen wir nicht so machen, weißt du was, mach bla bla bla. Ich will damit sagen, so dieses, versetz dich ein bisschen so in die Lage, dass eventuell, Alter, dieses Aggressive, dieses, weil du stehst dafür, für dieses so, ich mache, die schneiden mich auf, ich komme am nächsten Tag. Jetzt hast du Oberwasser, weißt du, jetzt bist du, du bist jetzt der Man, auch wenn es dir die Wichser nicht sagen, wir sagen dir das, ich sage immer, was die Weiters, wenn ich sage, ey, weißt du was, komm, oder auch Erdem, jetzt bist du der Man, mach es jetzt, weil jetzt hast du ein bisschen Luft, weißt du, was ich meine, mach dir vielleicht, ich rede jetzt allgemein, du bist ein gestandener Mann, du machst, was du willst, aber ich würde sagen, jetzt wäre es eine geile Möglichkeit für dich, ein paar Leute anzurufen, zu sagen, ey, hört mal zu, eins, zwei, drei, vier, weil irgendwann in ein paar Jahren wird es vorbei sein und dann will ich da stehen und will sagen, sozusagen, Jay Cutler-Style. Jay Cutler-Style, Jay Cutler-Style, jetzt stehe ich da und kann lachen und vor allem das Geile, was ich an der Ära Jay Cutler gerade liebe ist, deren Bodybuilding, deren Bühnenkarriere ist vorbei, aber deren Karriere ist nicht vorbei, die machen weiter. Ronnie Coleman, genau, er konnte nicht laufen, mittlerweile jetzt, Ronnie Coleman ist wieder on top, vielleicht wird er auch mal wieder gesundheitlich besser sein, aber seinen Business-Bruder er macht. Machst du dir darüber Gedanken? Ja, ich habe mir schon oft gedacht, wenn es vorbei ist, weil vor der Situation stand ich ja, ich dachte mir so, okay, wenn Bodybuilding weg ist, dann habe ich echt nichts. Doch, weißt du, was du da noch hast? Das habe ich bei Adam gesehen, die Expertise, das ist so Power, das habe ich bei Adam gesehen, das ist bei den Jungs so Power. Aber ich habe ihn auch, ich habe auch Adam gefragt, warum macht er, warum will er auf die Bühne, Alter? Bruder, weil du, du musst, wir könnten doch einfach quatschen wie die ganzen Instagram-Schwänze. Also eins kann man ihm nicht wegnehmen und das ist so, das sage ich immer wieder, man kann sein Wissen und seine Jahre als Erfahrung. Nein, und auch die Glaubwürdigkeit, der Grund, warum er der erfolgreichste Coach ist auf dem Level, ist nicht jetzt, weil er jetzt, also du musst das Talent haben, du musst natürlich mit den Leuten gut arbeiten können, das Daily Business, das kenne ich für dich aus, ich kriege es jetzt gerade erst mit, seitdem wir uns hier neu kennengelernt haben, so. Aber was ich gemerkt habe, ist, die Marke, warum Leute zu den Jungs kommen und sagen, wir wollen von denen hören, ist, weil die es bewiesen haben, die haben ärztlich hingestellt, es gibt irgendein Foto, was du auch bestimmt mal gesehen hast und gesagt hast, er hat es gegeben, er hätte werden können. Ich habe aber Tränen genommen, also. Ich habe aber Test hingenommen. Und ich will damit sagen, die Expertise bei dir dieses Jahr geht ja ins Unermessliche, Alter, du bist ja schon Doktor, du bist ja Physiker oder was man hier, ja du, du bist normal. Und deswegen so, nutz, ich würde da jetzt schon ein bisschen anfangen. Wenn du mit deinem Coach hier könntest du easy stemmen. Ja. Aber du weißt, dass auch Klienten, also man muss auch die Zeit haben, ne? Meinst du auch. Du weißt es selber. Und du weißt auch, dass viele nicht das umsetzen, was du denen aufschreibst, ne? Es gibt ja auch andere, es gibt ja nicht nur, ich weiß, ein Beispiel, es gibt tausend andere Sachen. Ja. Ja, so. Aber so hast du mal nachgedacht, was du machen wollen würdest nach der Karriere? Äh, nein. Ganz ehrlich. Das heißt, das ist die Karte, die du hast. Das ist es. Ja. All in. Ich habe nicht drüber nachgedacht, aber ich weiß, dass es an der Zeit ist. Ja, so. Aber das, was ich auch gelernt habe, ist Connecten. Ich würde gar nicht sagen, dass er morgen jetzt dann, wie du gerade sagst, von seiner Zeit, er braucht seine Zeit für sein Training. Aber, wie gesagt, die Leute sollen gucken, die Leute sollen das sehen. Und dann, man muss sich so jetzt hier, du Dings-Chaka-gequatsch, aber dafür empfänglich machen. Ich habe mich jahrelang auch nicht dafür empfänglich gemacht. Ich war auch so, nein. Bam, 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 so. Und ich bin genauso wie du, deswegen bin ich auch so ein Fan. Dieses, ich lerne es immer nur auf die harte Tour. Ich bin auch so. Ich lerne es immer nur auf die harte Tour. Wenn mir einer was nett sagt, harmonisch, meine Frau hat mir gesagt, ich so, na klar. Dann, wenn es soweit ist, mache ich schon. Aber dann kriegst du die Bombe vom Leben und dann denkst du dir, ah, no. Ein Punkt, wie ich sage, hast du gesundheitliche Probleme? Nein. Nothing. Gut. Alles gut. Blue Pit war ja top. Blue Pit war so, man dachte, der hat gar nichts genommen. Was und Herz? Alles nur auf die Harte. Ich habe auch Ultraschall alles gemacht, Herz. Geil. Das Gewicht macht das Probleme, schlafen und so? Ja, aber das ist ja normal. Weißt du, wie ich meine? Das ist wie, wenn du sagst, das Kniebeugen anstrengend. Ja, weiß ich schon. Also Plan ist Top 10? Dein Plan ist jetzt erstmal Aufbau. Wie lange geht ein Aufbau und das abzurunden? Weiß ich noch nicht genau. Also da muss ich, ich lasse mich da so ein bisschen leitschauen. Der erste Wettkampf, den ich dieses Jahr machen könnte, der komfortabel ist, wo ich nicht groß ans andere Ende der Welt fahren muss, ist in 19 Wochen in Spanien. Und dann kommt halt wieder so eine ganze Reihe hier in Europa, die dann alle potenzielle Olympia-Qualifikationen sind. Bis zum Mr. Olympia. Also da werde ich, ich werde jetzt, ich mache jetzt einfach meinen Aufbau, den ziehe ich durch, ja. Und wie gesagt, glücklicherweise brauche ich ja bloß so sechs bis acht Wochen für eine Diät. Was auch nicht normal ist. Das ist nicht normal, ja. Ja, ich lasse es auch nicht aus dem Ruder laufen, weil das Ding ist, ich halte mich halt an dem Plan und dann funktioniert es, ja. Du meinst der Aufbau jetzt oder die Diät jetzt? Beides. Beides. Und dann entscheide ich ziemlich relativ kultfristig, was ich jetzt mache. Bist du ein Perfektionist, wenn man das so sagen darf, in der Materie, wo du bist? Also wenn es um dich geht in Bezug auf Training, Essen, Perfektionist? Ja, ja. Ja, muss sein. Lässt du manchmal jemanden anderen drüber schauen, über die Form? Gar keinen? Das ist auch so krass. Ja, das ist sehr, sehr schwer, sich selber zu beurteilen. Ich finde das krass. Top 14 selber? Wer hat das denn in der Top 15? Also wenn überhaupt, dann sagt meine Frau ab und zu, pass mal auf. Die sagt aber nur, die sagt nur, übertreib mal nicht, du wirst zu dünn. So bei sowas. Du musst schauen, dass du... Aber da hörst du drauf, bei ihr? Das erinnert mich halt daran, ja, sie hat recht. Weißt du schon? Das ist auch die Einzige da, wenn die... Das Ding ist halt... Ich weiß, dass die, die meint es ehrlich und gut, ja? Das ist auch wichtig. Und bei anderen Leuten ist es immer so, entweder, da weiß ich nicht, da weiß ich nicht, da weiß ich nicht, da weiß ich nicht, was dahinter steckt. Und da denke ich... Und da frage ich dann gar nicht mehr, weil... Musst du auch nicht. Die Nummer hat es bewiesen, musst du eh nicht, aber gut, dass du eine Frau hast, die am Start ist, krass. Die sagt halt, pass mal auf, sieht ein bisschen dünn aus. Ja, und dann denke ich mir, ah, fuck. Gell? Stimmt schon. Mehr Essen, weniger Training. Hast du Training komplett umgeändert im Vergleich zu früher? Nein. Das, was früher funktioniert, ich habe es umgeändert. Aber immer, wenn ich es umgeändert habe... Wo haben die reingeschissen, hast du erzählt, hast du erzählt, hast du erzählt, ja? Hat mich total genervt. Immer, wenn ich mir habe einreden lassen, oh, mach mal deine Ernährung so und so, mach mal dein Training so und so, kam irgendein Scheiß raus. Und immer, wenn ich mein Ding selber gemacht habe und meine Schiene gefahren bin von den Sachen, wo ich wusste, dass sie funktionieren, hatte ich die besten Erfolge. Und absolut bis zum Schluss lasse ich mir nicht mehr irgendwelche Tipps geben und ich frage auch niemanden mehr nach Tipps. Weil das, was ich mache, funktioniert und so ziehe ich es durch. Guck mal, wie lange er dafür gebraucht hat, um das rauszufittern, wenn man es nach den Jahren zieht. Ja. Nein, das Ding ist, ich habe eigentlich gar nicht lange dafür gebraucht, ja? Ich habe mich nur immer wieder so rein, ich habe mir immer so reinlabern lassen, wo ich mir dann dachte, ach, fuck. Weißt du schon? Aber jetzt zum Beispiel, die sagen, Rücken muss ein bisschen besser werden, Arme. Wäre das ein Toll für dich eine Option? Für die Arme zum Beispiel, dass man da nachhilft? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Ja, nicht aber. Man muss da halt ein bisschen... Ist ja offen, dass man viel... Man muss da ein bisschen... Spine loslegen. Ja. Und man muss da auch mit Bedacht vorgehen. Das kann auch nach hinten losgehen, ne? Das kann komplett nach hinten losgehen. Weil ich glaube, du musst das richtig tief reinballern, ne? In den Knochenansatz, oder? Nee, du musst es einfach... Das ist so ein bisschen wie bei Schönheits-OPs mit Frauen. Weißt du schon? Wenn du dir so ein bisschen die Lippen unterspritzen lässt und so ein paar Hyaluron-Filler ins Gesicht machen lässt, Botox und so, dann kannst du das so machen, dass es danach besser aussieht. Kannst du aber auch einschätzen. Andererseits kannst du es auch so machen, dass du danach aussiehst wie der Joker. Und alle sagen, was... Fuck. Arbeiten die Profis damit? Ja. Klar. Jay hat doch auch gesagt, die eine Verletzung war deswegen, ne? Sagt man doch, ne? Die eine, wo hier blau war, war doch das hier, oder? Ja. Hat er selber gesagt. Hat er selber gesagt? Ja. Krass. Die haben ja... Der war ja komplett voll. Jay hat selber gesagt, dass dieses am Arm, da haben sie eine Injektion gemacht. Das ist doch ein Base, dachte ich, auf Wasserbasis. Dieses Kurzkettige, was entzündet, also was reingeschissen hat. Und dann hat sich das entzündet und dann haben sie versucht, das rauszumassieren. Dann ist es noch schlimmer geworden, ja? Und dann... Das war Game Over. Da kam der Phil, on point, kein Fehler, Rücken on point, makellos. Der Druck in dem Fall war halt, Phil hat die besten Arme auf der Welt, ja? Ich brauche auch Arme. Weißt du schon? Und an dem einen Arm war halt nichts. Da gab es, da war keine Infektion. Auf dem Arm haben sie halt ein bisschen, weißt du was, ist Dreck mit reingekommen oder sonstigem was. Und dann war halt blöd. So, ja? Überall Nervenschäden, Öleinlagerungen, hier bei Derek am Arsch und so, war da auch immer ein bisschen so... Ja, am Arsch, die Beulen hat aber jeder, fast jeder. Schau dir mal an bei Ronny Coleman. Am Latten war es extrem. Na, das ist Bullshit. Ja? Aber das sag ich nicht. Also, auf Fotos. Überleg mal, du musst... Du hast sie ja nicht gesehen. Du weißt ja nicht, was die ballern. Also, das ist ja nicht jetzt wie Roman, dass er sagt, ich lasse Trennutze raus. Es kann sein, dass sie am Tag drei, vier Injektionen setzen müssen. Also beispielsweise. Da lagert sich ja auch alles ab. Aber das hat jeder. Wenn du mal so genau hinschaust, du siehst es auch bei Ronny Coleman früher, der hat doch diesen Arsch, der so ganz übertrieben schmetterlich ist, Mistiker. Mann, das da oben, das sind Ölblasen. Alles Öl. Ja? Und das siehst du bei jedem, kannst du so, wenn du weißt, wo du hinschauen musst, dann siehst du, ah, okay, da ein bisschen, ah, da ein bisschen. Wird das abgewertet? Nee, ne? Kommt auch an, wie offensichtlich das ist. Wie gesagt, wenn es so behindert ist wie beim Jay, dass dein Arm halt blau ist und alles mögliche, dann bleibt er nicht. Aber er ist immer noch Zweiter geworden. Okay? Das ist beim Bumpster. Wenn es wirklich, wenn es wirklich abgewertet gewesen wäre, ja, dann wäre er da achtet geworden oder so. Ja, aber wenn man es, pass auf, ein Kampfrichter hat zu mir mal gesagt, hey, spritzt du an den hinteren Schultern? Und ich so, nein, gell, ich war dann, da war ich noch jünger, gell, das war in 2016. Ich so, nein, 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 sicher nicht, gell, sicher nicht. Er hat gesagt, war der reingesuchte. Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, würde ich machen. Und ich so, ah, okay, danke. Am Morgen an den Podcast. Alle. Würdest du, was mich interessiert, würdest du sagen, Classic hat offenen in Amerika übertrumpft, was so den Hype angeht? Nein. Nein. Nein, das sieht man ja auch beim Wettkampf. Also, warum fahren die Leute denn da hin? Und warum ist Open Bodybuilding auf der Hauptbühne beide Nächte und Classic auf der Expo? Was war das so vom Gefühl her, da zu stehen, das zu sehen? Brutal bestimmt, ne? Weil du siehst es ja nur als Fan immer und dann so, das wäre ja wie, du verfolgst ein Ziel und dann bist du da, das musst du erst mal realisieren können. Du stehst da einfach auf dieser Olympiabühne, wo du 15, 20 Jahre hinaus arbeitest. Das musst du ja mit einem was machen, also der würde ich jetzt sagen. Ich sag dir was, also ich das, wenn ich, in 2018 habe ich das ja zum ersten Mal als Fan angeschaut, da fand ich es beeindruckender, als wie, wo ich mitgemacht habe. Ist aber immer so, ja, die Magic. Du siehst es von unten und denkst dir so, oh, wie die da rauskommen. Weißt schon so mit dem, erst mal sieht man nur so diesen Rauch und dann die Silhouette, ja, und dann geht man vor, dann gehen die so vor und denkst dir brutal. Aber wenn du da selber oben stehst, dann merkst du ja den ganzen Ablauf hinter der Bühne und so. Dann so, okay, stell dich da hin, dann kommt Rauch, geh raus, okay, jetzt. Und dann geht diese Tür auf, da bist du mehr damit beschäftigt, dich zu konzentrieren, dass du beim richtigen Zeitpunkt rausgehst und aufpasst und dich nicht, ja, nicht stolperst und dass du gut aussiehst und so. Da kannst du nicht so rumstehen und staunen, weil dann siehst du aus wie ein Depp. Ja. Ja, das heißt, du musst da halt abliefern und performen. Da kannst du nicht so denken, oh, krass, Mann. Und so, als wie wenn du ein Fan im Publikum bist. Da kannst du sagen, oh, toll. Okay, ich habe, ich habe, das ist meine Frage, die ich stellen will. Also eigentlich meine Letzte, also so die ich, brauchst du nicht beantworten, aber kannst du beantworten. Wenn du jetzt wüsstest, du hast noch zehn Jahre zu leben oder einmal Mr. Olympia, würdest du es annehmen? Also ich gebe dir ein Beispiel, du stirbst in zehn Jahren jetzt, aber du weißt, in zehn Jahren bist du Mr. Olympia. Was ist die Alternative? Du lebst noch acht, 30 Jahre und nicht Mr. Olympia. Du lebst noch 40 Jahre, machst Kinder, irgendwas oder alles ist gut. Oder du sagst zehn Jahre, aber in den zehn Jahren werde ich einmal Mr. Olympia, mache drei, vier, fünf Weltkämpfe, stehe immer bei Mr. O. Aber dann bist du tot. Oder du lebst bis zum 80. Lebensjahr und siehst noch ganz andere Dinge auf der Welt. Und ich erreiche im Bodybuilding gar nichts mehr. Nein. Allein, was du überlegen musst. Überleg mal, guck mal, was für ein Dings. Also ich erreiche im Bodybuilding gar nichts mehr. Bedeutet, ich müsste dann irgendwie einen Job machen. Ich arbeite dann sowas. Ja, also du erreichst nicht mehr die Ziele, die du hattest, die du dir gesetzt hast als Bodybuilder. Was du finanziell machst, ist dann erstmal Wumpe. Aber du kannst, du erreichst einfach nichts. Du gehst den Bach runter, was Bodybuilding angeht. Ab morgen. Wenn du die Entscheidung jetzt triffst. Das meinst du nicht? Dann würde ich das mit den zehn Jahren nehmen. Ja, weil wenn ich mir vorstelle, dass ab morgen ist Bodybuilding vorbei, so ungefähr, und ich lande dann irgendwo... Nein, du kannst trainieren, aber du erreichst nichts. Du bist nicht erfolgreich. Ja. Du gehst nicht mehr auf die O-Bühne oder so. Ja, das heißt, ich bin Trainer bei McFit. Guck mal, überleg dir noch mal. Habt ihr das sacken lassen? Verstehst du das? Ich verstehe das voll, oder? Ich verstehe das hunderttausend Prozent. Das ist das, was in seinem Kopf drin ist. Deswegen ist er einzigartig. Mein Bruder zum Beispiel folgt nur ihm. Mein Bruder interessiert keinen anderer. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich kann sogar den Namen sagen. Okay? Kennst du noch Nicolas Vuillard? Ja, von Patrick Thur. Der ist einfach weg. Er hat gesagt, er macht kein Bodybuilding mehr. Er macht keine Wettkämpfe mehr und so. Weißt du das, warum er das gemacht hat? Weil er halt gesagt hat, er macht nicht mehr, weil er... Gesundheit? Gesundheitliche Gründe und sowas, ja. Okay. Er hat halt, er hat keine gesundheitlichen Probleme gehabt. Aber er... Nur so profilaktisch. Bedingt. Okay. Was macht er jetzt? Der ist Fitnesstrainer. Der trainiert Leute im Fitnessstudio. Ich weiß es. Ja. Das will ich nicht. Verstehst du? Das heißt, dein Leben ist das. Es gibt nichts anderes. Außer ins Frau. Mein Leben besteht zum Großteil darin oder mein Leben wird dadurch lebenswert. Kann ich was dazu sagen? Ja. Also, den Bereich, über den wir reden, Bodybuilding, ist ein extremer Bereich, genauso wie Rap. Ich kenne zum Beispiel auch andere Menschen, nicht unbedingt auch nicht Männer, in anderen Bereichen, in einem anderen Gewerbe. Auch in einem extremen Gewerbe. Weißt du, was ich dieser Person immer sage, die auch nur denkt, dass es im Leben nur darum gehen kann? Das ist das, was... Boah, in welchem Film war denn das? Es war in Blow. Johnny Depp ist Kokain-Dealer und hat auch extrem reingehauen. Und am Ende wird es immer schwieriger und immer mehr mit Behörden und mit Crime und Problemen im Leben. Und er sieht seinen Vater nicht mehr und die Mutter macht Stress und so. Weißt du, was der Vater zu ihm sagt? Er sagt, egal was du gemacht hättest, du wärst in allem gut geworden, weil du mein Sohn bist. Und das ist das Ding, was so Persönlichkeiten wie du und auch die andere Person, wo ich das gesehen habe, und wo ich es mir auch selber gesagt habe. Ich weiß ganz genau, am Ende des Tages geht es nicht... Das ist zwar, du hast dir was ausgesucht und deswegen sagst du, boah, das ist es. Aber der Grund, warum du so eine extreme Persönlichkeit bist, ist immer Kindheit. Du hast Sachen im Leben erlebt. Du hast gesagt, ich werde euch alle ficken. Und darum ist es auch dieses, dass die Leute dich ficken wollen, ist ja auf der einen Seite auch wie eine Hassliebe. Du brauchst die Leute auch. Es ist ja nicht nur, dass wir jetzt hier sitzen und sagen, wir wollen nur geliebt werden. Nein, du weißt ganz oft, das habe ich auch nur durch Bodybuilding gelernt, nur durch Machiavelli Motivation und durch die ganzen Videos und sowas, positive Weiben bringen gar nichts. Das, was dich weiterbringt, ist der Bastard, der sagt, du schaffst es nicht. Der sagt, das ist das, was dich weiterbringt. Stark. Stark. Und das ist es, was die ganzen Fans von dir und auch von Rappern oder von uns allen oder von diesem Bodybuilding-Rap oder auch von extremen Aufgabengebieten so lernen können. Am Ende, wenn du, du bist der, der so sagt, ihr wollt mich hassen, wir werden mal sehen. Und das sind keine positiven Vibes. So, ah, die Welt ist toll und Liebe zu Liebe, sondern das ist ein bisschen dieses, was Andrew Tate gerade so Quatsch, so auf seinem Film. Ist ein Antrieb. Ist ein Antrieb. Ist ein Antrieb. Genau, aber du darfst, und das musst du verstehen so, du darfst niemals über das Ziel hinausschießen und du musst verstehen, du bist es, du wärst es in jeder Form gewesen. Adam, sag ich Adam auch immer. Egal, welchen Job ihr nehmt oder wir alle nehmen würden, wir wären da genauso. Als ob, wenn du jetzt morgen nicht für Dings entschieden hättest, weiß ich nicht was, irgendwas. Rap. Du bist auch nicht der Rapper, der da sitzt und sagt so, peace. Sondern du wirst sagen, ihr wollt mich ficken, okay, wenn ihr mir nein sagt, ich komm nochmal extra. Und du bin ich auch, das ist die Gemeinsamkeit. Oder du gründest eine Baufirma. So, ich sehe mal deinen Papa, er ist auch, er ist von seinem Vater, durch die Wand. Geht nicht, hat viele Schicksalsschläge. Er frühstückt mit meinem Vater, sein Vater hat auch richtig harte Sachen erlebt und so. Und dann erzählt sein Vater so Geschichten, auch körperliche Sachen. Ich will jetzt hier nicht vor der Kamera, ich weiß nicht, was ich sagen darf. Alles gut. Aber so krasse Sachen, wo ich mir so denke, er erzählt es so, so nach dem Motto so, ja weißt du, es passiert. Und dann ist es weitergegangen. Die Wichser haben mir gesagt, die Wichser haben mir gesagt im Krankenhaus, was, was. Und ich denke mir so krass, Alter, wenn ich mir denke, meine Probleme, Alter, also, wie gesagt, um es auf den Punkt zu bringen, so, oder wenn du Motherfucker bist, bist du Motherfucker, egal auf welchem Aufgabengebiet. Und danach wird auch wieder was kommen. Du wirst danach, mach dich nur ein bisschen dafür, wie sagt man, empfänglich. Ja, 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 weil man macht sich selber klein. Man macht sich selber so, es gibt nur das, es gibt nur das, man kann sich kein anderes Leben vorstellen. Und zum Abschluss, es gibt Schicksalsschläge, die dazu geführt haben, dass Leute in ein anderes Leben reingekommen sind und dann sagen die, Gott sei Dank, auch sein Vater hat mir das erklärt. Er meinte doch, wäre mir das nicht passiert, ich wäre da weiter, hätte da weitergemacht, wäre wahrscheinlich tot umgekippt. Weißt du? Also deswegen, macht dir die Leidenschaft, soll die Leidenschaft bleiben, aber trotzdem dafür empfänglich sein, dass es, es gibt noch tausend andere Sachen, wo du Motherfucker wirst. Ich würde sagen, das war ein guter Abschluss. Das ist der Kopf, Dicker, bei ihm merkt man, das ist der Kopf. Ich würde sagen, Mann, er ist eine unfassbare Persönlichkeit, man muss ihn nur vor die, also braucht Leute zum Reden auch, die mit ihm reden können. Ja, Ande. Ja, Roman. Das machst du für eine Übung. Wie viel Protein auch dran. Ja, aber er hat viel mehr zu erzählen. Ja, klar. Wenn ich mir manchmal seine Fragen runtergekommen würde, Entschuldigung. Ja, ja, die letzte, äh, einer hat die letzte Frage gestellt, Bruder, ich hab mich hier totgelacht. Weißt du, was er geantwortet hat? Es war eigentlich eine Frage, warum benutzt du, warum benutzt du kein Intro? Warum benutzt du, warum benutzt du nicht deine Frau? Irgendwo hat er da geschrieben. Du hast auch ganz oft, Leute stellen dir Fragen und du so, Mann, Alter. Bitte nur vernünftige Fragen. Ich sag noch einmal, ich schreib noch einmal hin, bitte nur Fragen mit Hirn und die man nicht googeln kann. Und dann komm, für was ist Kreatin? Halt dein Maul. Ja. Oder der eine hat was gefragt, das war die Frage. Ja, er sagt so, warum benutzt du nicht, warum machst du nicht so und so? So, da hab ich geschrieben, warum fixst du nicht deine, warum fixst du nicht deine Frau in den Arsch? So was. Da hab ich hingeschrieben, wie du siehst, man muss, nur wenn man etwas nicht postet, heißt es nicht, dass es nicht passiert. Ja. Ja. Okay. Und dann hat der mir noch geschrieben, ja, Entschuldigung, du hast recht. Hey. Ja. Hey. Beste Mann. Das war gut. Das war mir eine Ehre. Ja, der Podcast. Mir auch. Alles gut. Ich weiß noch, in meinem Zimmer, im Internat, im Heim da, weiß ich schon, haben wir Carlo Kux Nutten 1 angehört, ja, dachten wir wären selber Rapper. Gott sei Dank hast du was Anständiges gemacht. Okay, so, ich bedanke mich bei den Gästen, Alex, Roman, danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Flair wohnt jetzt in den Echsen, du wisst Bescheid. Nein. Danke an die Jungs hinter der Camp, danke, dass du da warst. Hat mich gefreut. Oh, mich gefreut. Hammer. Gehen wir was essen? Oder darfst du nicht? Ich darf schon, aber ich will schlafen. Okay, gut, dann gehen wir essen. Okay, danke dafür. Also Bobby, danke. Hier, danke Jungs. Hightech, ne? 4K.